Ob wir die Sprache über Steve einstellen müssen? We are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry as a fifth year student. Das ist ja nett. Uh. Uh. Kriegen wir da hin, was so ähnlich aussieht wie ich? Nein. Nein. In den Haaren müssen wir aber erstmal was machen. Oh, hat der... Auch viele Freckels hat er. Ich böse, ich hab den Rest nicht gelesen. Das ist, äh... Das wäre schon eher... Ich hätte gern... Die Haare hätte ich gern so. Das kann ich mir anders sagen. Hm. Ich verstehe ja nicht, warum es so schwer ist in Spielen. Warum muss ich mich immer, äh, entscheiden zwischen irgendwelchen Frisuren mit Links-Scheitel oder halt ein, zwei Varianten mit Rechts-Scheitel. Das kann doch nicht so schwer sein, die Frisur zu spiegeln und dann die Option zu legen, soll der Scheitel jetzt nach links oder nach rechts. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott, Warner. Uh. Uh, da gefalle ich mir ja immer schlechter. Ein neuer Subscriber. Die Karivus kommt vorbei. Grüß dich! Ja. Hier mein Zukunftssuck. Joa, dann nehmen wir den. Uh, das ist aber pink. Ach so, funktioniert das. Joa. Joa. Haben wir noch was? Ne, 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 ne. Das wird nur noch. Kommt noch in die Varianz, wo ich eher nicht dabei bin. Äh, Tattoos auch nicht so meins. Hm. Aber von der Gesichtsform her nicht schlecht. Krieg ich jetzt auch noch... Ach hier. Skin Color. Wo ist der blasse Nerd? Nehmen wir so. Kann ich auch noch die Freckels weg... Anders definieren? Da. Freckels and Moles. Da ist es ja... Biss... Bisschen weniger habe ich schon. Schon. So. So, wenn ich gesund bin im Sommer, dann habe ich auch ein paar Freckels. Und eher ein komplexes Gesicht. Äh, ja, so ein bisschen fertig. Ach, ja, so ein bisschen fertig einer bin ich. Ähm, Eye Color. Stimmt aber schon. Kriegen wir sie noch ein bisschen grüner? Oh ja. Oh, oh ja. Hier, sogar genau meine. Genau meine. Nur zwei Stimmen. Es war wunderbar. Ich glaube, ich werde wirklich dieses Mal genießen. Ich bin tatsächlich ein Student, aber ich kann dir sehr gut helfen. Normale Geschichte. Unser Name ist Ava. Wie? Wir sind Wizard. Laut, ne? Ah, es scheint, dass wir fast bereit sind, zu departen. Es ist ein Schmerz, dass wir nicht mehr Zeit haben, um das Spellkasten zu spenden. Ich glaube, du hast die Spell, die wir gearbeitet haben. Ich habe, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Figg. I appreciate you working with me before the time begin. Oh! Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak on route to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! Oh, wir werden heute noch bewertet. Not at all, Sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Danke, Minnie. Wird wohl ein Video sein. Läuft viel zu rund. Ah, ich hier im Harry Potter-Universum. Also, ich hatte ja mal Hogwarts als Schloss. Weil ich es gekauft habe. Mach gleich leiser! Ah! Ah! Mach gleich leiser! Das ist nicht wirklich die Spielgrafik, oder? Nicht, dass es das nicht könnte. Das müsste schon klappen, aber es sieht schon sehr sauber aus. Oh, das ist ein Arctug, da. Also, als die anderen 5th-Jährigen haben sich behauptet, ihre Magical-Skills für 4 Jahre jetzt, der Headmaster fragt, ob ich unser Neu-Student noch ein bisschen aufzunehmen, bevor der Terme beginnt. Well, du könntest nicht für einen besseren Mentor. Professor Figg ist nicht nur ein Excepcional-Teacher, er ist auch ein remarkably intuitiv und giftiger Wizard. Mr. Osric ist prone zu flattery. Ich dare sagen, es ist eine der Grunde, dass er so weit in der Ministry gekommen ist. Hast du das gesehen? Ich habe. Opinions differenzieren, wie groß ein Threat Ramrock wirklich ist. Wer fliegt denn da mit? Also in der Engine, so könnten sie eine Serie daraus machen. Will ich zugucken. Sie sprach mit mir über Ranrock, bevor sie sterben. Wunderschöne, was die Ministerin über seine Aktivitäten wusste. Wunderschöne, bevor ich kann reagieren, ich habe dies. Es war die letzte Sache, sie hat mir, Eliazar. Es kam zu mir via ihre Owl, aber mit keinemann. Ich kann nur sagen... Aber sie hat sich schnell ausfügt. ...to keep es safe. Presumlich von Ranrock. Ich kann es nicht öffnen. Whatever magic protects das ist, ist es nicht möglich. Indeed it looks like Goblin metal that symbol. What's that glow? I don't see a glow nor do I Merlin's beard how did you wait Welcome to Game of Thrones Yes Alter Falter The King Give me your hand Das geht ja besser haben als die Filme am Anfang Wuhh Gut Respekt Das ist jetzt definitiv englisch Ja, das war Prüfung Was ist das? Das ist Wiganweld Potion Das wird dir in eine Sekunde Wiganweld Potion Wird erstmal geheilt Oh, das hätte ich nicht gedacht Zieht mich grad doch direkt sehr stark rein Schön Was ist das? Was ist das? Pohr George Ich kann nicht glauben, dass er... Was in die Hölle in das Das war das? Attach ein Fahrzeug? Midair? Ein typischer Drakon würde nie Professor? Hi, Herr Olli Sir Das Spiel ist noch zu laut, ne? Wo sind wir? Ich bin nicht sicher Aber die Kiege, die du gefunden hast, war sicherlich ein Portkey Ein Portkey? Ein Item, die erinnert hat, um es zu einem bestimmten Ort zu bringen Ein bisschen leiser müssen wir es machen Alles klar, Herr Olli, wir werden heute dabei spielen Wenn's gut So gut weiter läuft Ich würde Aber bleib dran Wir haben keine Ahnung, wer diesen Portkey kreiert hat Oder warum Start So, müsste es super sein Haben sie wieder kein Overall gemacht Das finde ich ja schon wieder stark So, den Dialog können wir schön bei 80 lassen Weil wenn die reden, will ich eh nicht dazwischen labern Brauchst Pitch Oh, wir können mich ein bisschen Rede ich ein bisschen Höher Bin ja ein Tenor Rede ich ein bisschen höher Mute, ich glaube es geht los Nee, nee Subtitles wollen wir da haben, nehme ich an Jo Der Rest passt Dann bitte noch einmal invertieren Envast Kamera Fliegen muss ich dann erst gucken Der Rest passt Jawohl Grafik haben wir jetzt gar nicht angeguckt Weil, so lange es läuft Äh, jinx ich jetzt nicht Ich glaube nicht, dass er das, äh, schlecht eingestellt hat Der Rest Er ist immer noch laut gewesen, ne? Nur, dass er mich Immer noch versteht Jetzt passt auch die Stimme. Ich finde, die Stimme passt, Tim. Ja, sie wirkt ein bisschen künstlich. Sie ist ja auch künstlich gepitcht. Wer recht hat, der hat recht. Und wer unrecht hat, hat nicht recht. Eine gute Frage. Miriam hat Jahre zu suchen, eine lange verletzten Form von ancient Magik. Sehr smooth. Ja, eine kraftvolle Magik, die von einem raren wenigen, die sich in Zeit verloren hat. Ah, da kommen meine Camera-Panning-Skills hier gleich zum Einsatz. Natürlich gucke ich, was da rechts ist. Warst du hier, ne? Ja, ja. Das merken wir uns mal. Oh, geht's doch hier runter? Aber Magik ist nicht anders als irgendeinem Power. Was wirklich wichtig ist, ist derjenige, der ihn schlägt. Ah. Ich verstehe. Ist das Eis? Es ist nicht kalt genug hier. Es scheint, eine Art von Enchantment zu sein. Niemand wollte diesen Weg blocken. Mal sehen, etwas von dem ersten Werk, das du praktizierten hast. Fokus auf das Zentrum. Jetzt bin ich gespannt. Digitalkreuz nach vorne. Aha. RT tappen. Uh. Stream läuft Tobi frei, weil bei mir läuft alles super gut gerade. Äh, Tobi vielleicht. Erstmal wollen wir uns jetzt reinziehen lassen. Generell habe ich da nichts gegen, ja. Ähm. Some players prefer to select targets and move the avatar with the same thumb stick by disabling camera relative targeting in settings. Ja, selbstverständlich. Das muss ich mir dann nochmal genauer zu Gemüte führen. Was läuft, Async? Mein, mein Gerede? Eins, zwei, drei. Das sieht für mich sehr synchron aus. Ich mach mal F5. Oh. Hui. Ha. Tschung. Kaputt gemacht. Uh, das ist wie bei... Ja. Thank you, sir. Ist... viel Dark Souls. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hä? Dark Souls ist ein ähnlicher Einstieg tatsächlich. Sehr cineastisch. Und dann darf man erstmal ein bisschen mit der Spielwelt rumrollen und Sachen kaputt machen. Während die Welt ja eigentlich recht statisch drumrum ist. Da haben sie sich ein bisschen was abgeguckt. Aber es funktioniert tatsächlich. Man wird jeden Pott kaputt schießen. Ah, up there. Ja, die Armbewegungen sind gut gemacht. Alle schön individuell. So wird die auch schießen aus dem Handgelenk. tschu, tschu, tschu. Nicht ganz so cool wie ein Lichtschwert, aber schon ganz nah dran. Uh, was haben wir hier? Eine erste Truhe für 56 Münzen. Wie heißt die Währung im Harry Potter-Universum? Im Potterverse? Wie sagt man? Wir sind jetzt nahe. Es ist nur vor. Wizarding World D-Mark. Galegonen. Galeonen. Oh. Bisschen Lara Croft. Was heißt denn? Haro, die Hache. Opa. Wenn das in Deutschland mal so ginge. Kann ich bitte diesen blöden Tooltip da mal loswerden? Optisch hätte ich da jetzt weniger erwartet. Das ist ja doch eine starke Nummer hier. Jetzt gucken wir doch mal rein, was er uns hier eingestellt hat. Windowed Fullscreen ist schon mal richtig. Monitor hat eine merkwürdige Bezeichnung, aber nehmen wir. ja, mit DLSS ist an. B-Sync ist an, Framerate 60. Field of Fuel, alles Standard. Effing Motion Blur ist leider gut für euren Kram. Zum Zugucken, aber Chromatic Aberration machen wir aus. So fangen wir nicht an, Freunde der Sonne. gut. Gut. ich bin schon überwählen, ich spiele nicht. Ja, das sieht deutlich besser aus als jetzt mal ein Elden Ring. Ne, muss man mal sagen. Alles klar, Brusi. Danke nochmal für's Abo. Out of place. The Minimap. Professor, it's a mural of some kind. Hmm, perhaps our host was a noted seer. Interesting. Yeah, okay. Da sehen wir einen Seer, wie er Tarot-Karten auf dem Tisch hat und eine Kugel. Oh, das ist also atmosphärisch, aber die ist sehr dicht gemacht. Da rechts auch, da guckt er in die Sterne. Wunderschöner Mond mit dem Gesicht im Mond. So, dann gehen wir mal außen rum, wa? Komm, ich muss noch investigatieren. Professor, this statue? This may have been his home! Stark. Also noch kein... Mini, du wirst das ja wahrscheinlich bei Nehmer gesehen haben. Wann ruckelt die PC-Version denn? Wann kommt denn dieses Stottern? Ein teuer Follower! Mades, Mades, grüß dich. Oder Maddeis. Das entzündete, kristallisierte Stone wieder. Aber was könnte es blockieren? Na, den machen wir doch kaputt und machen alles... sind tausend Stücke. Aber erstmal wird's explodiert. Professor Figg! Das ist doch in Hogwarts, oder? Ne? Das ist hier in Mirra, wie es hier mal ausgesehen hat. Warum hätte jemand das entzündete Stone hier gefeiert? Und wie ist es da ein Raum hinter dem? Welcher Raum? Ich sehe nichts. Wir sehen immer mehr als er. Ob da wie Tom Riddle einst jemand... als mit Harry Potter jemand mit uns kommuniziert? What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Hello? Soll man nicht machen. Reusbar. Schlecht für die Stimme. Neuer Subscriber. Komm, Korben um die Ecke. Grüß dich. Danke für dein Abo. Äh, just a moment. Willkommen in der Bank. Oh. Ähm. Äh. We're doing here. Äh. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Ein höflicher Goblin. Vault number 12, I presume. Sag ich dir gleich, Korben. Precisely. Das ist aber der Anfang. Hast nichts verpasst. This way then? Stay close. Das ist schön. Befällt's dir? Befällt's dir? Alter, ist das eine starke Qualität der Assets. Keep your hands inside the cart, if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over four centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We have quite a distance to go. Stark, stark, stark. Das ist so gut, dass ich jetzt schon sage, das muss ich meiner Frau zeigen, die großer Fan der Lizenzvorlage ist. Das ist ja Hammer. Vault number 12. Momentous day. Brauchen wir die gleich noch? Das ist ja Hammer. Aber nichts ist 아니야. Aber nichts sind sie. Aber noch ist nicht wahr. Nämlich sieht die Glow auf der Porki-Kontaineur aus. Nein, sondern nörker. Ich habe noch ein Glow auf den Drakkenaern. Ja, was war das? Wir haben nur einen Goblin über den Hier der. Gute Frage, Alex. Wer sitzt da jetzt eigentlich gerade oben und bewacht den Eingang, wenn der Chef da rumfällt? Ich habe aber das Gefühl, wir sind ja durch so einen Seiten-Spezialeingang gekommen und der ist tatsächlich, der hat jetzt nur auf uns gewartet. Das ist ja schon wieder alles ein bisschen, hm. Genau, das ist der Privateingang. Haben sie ja auch eben drüber gescherzt. Wann war das letzte Mal, dass dieses Vort accesses war? Ein Goblin hat seit hundert Jahren in meinem Haus gelegt. In diesem Zeitpunkt hat niemand den Vort 12 besitzt. Da sieht man, wo die ganzen Potter-Milliarden reingegangen sind. Unter anderem in diese Entwicklung. Also von den Avalanche Studios, die unter anderem Jump'n'Runs wie Tuck gemacht haben. Die gibt es schon sehr lange. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht dieses Projekt so umgesetzt erwartet. Stark. Klasse. Hey Hippo, grüß dich. Schon mal gute Besserung dabei. Danke für deine Hilfe. Sprecht, Meise. Ja, ja, es geht auch erst jetzt los. Ich musste mir, um das kurz dazwischenzuschieben, ein bisschen einen Buffer reinnehmen. Wir haben auch erst was gemacht. Das ging eine halbe Stunde. Könnt ihr euch dann nachgucken. War so ein bisschen just chatting und reinkommen. Und dann wollten wir wegen der technischen Probleme am PC ein bisschen einen Buffer haben. Und dann lief es jetzt aber perfekt durch bis jetzt. Es ist aber noch der Anfang. Wir sind hier angekommen. Das hier bin ich. A war 7. Wir haben mich erstellt. Und dann sind wir mit der Pferdekutsche hier hingeritten. Wurden in der Hälfte durchgebissen von einem Drachen. Das war schon sehenswert. Sehr spektakulär. Und sind jetzt, nachdem wir einen Portkey, beziehungsweise ein Emblem an der Wand angefasst haben, hier bei Gringotts gelandet. Und werden zu Vault Nummer 12 geführt. Und ich hoffe, damit sind alle, die jetzt um 20 Uhr gekommen sind, eingeführt. Und wir haben noch ein paar Stunden Spaß hier im Spiel, ohne Abschluss zu retten. Genau, dass Harry ist noch nicht geboren. Und dann close the door. Was? Das ist aber doch normal. Das ist ja, Max. Das war sicherlich nicht erwartet. Man wird da doch überall gefeiert in seinem... Ich glaube, nach dem Spiel bin ich sehr viel versierter in den Sprüchen. Oh Gott. Steady your wand with L and guide it along the cymbals path to learn the spell. Press the corresponding input when prompted to accelerate your wand's motion along the cymbals path. Das habe ich ja gerade so geschafft. Und jetzt können wir den einfach. Das wäre ja auf dem DS schöner gewesen. Reveglio. Da, ich habe etwas gesehen. Geh ein bisschen näher und versuche es wieder. Ja, komm, das stimmt. Wir wollten so nah wie möglich dranbleiben an der Vorlage. Seht ihr, hier haben wir diesen Shader-Kack. Jetzt will ich gerade mit dem Finger drauf zeigen. Gucken wir über die Schulter und an das Rechte vom Gesicht. Also entweder ist es DLSS-Kram, der halt nicht so gut funktioniert, wie er sollte. Das ist ja häufig der Fall. Oder es ist das gleiche, was auch mich immer stört bei Reflexion. Werden wir hier auch... Das muss so, das ist Magie, genau. Das werden wir noch sehen bei den Reflexionen auf dem Teich von Hogwarts. Dass es rechts und links am Bildrand die Reflexion vollkommen falsch ist und dann die richtige Reflexion erst reingeladen wird in der Mitte. Ah, das macht mich wahnsinnig. Ne, ne, ich wollte es nur... Hey, so mache ich das. Ihr wisst, ich kann das nicht wegmachen. Ich kann nicht einfach nur das Spiel spielen. Ich bewerte das auch immer, was ich sehe und wünsche mir für die Zukunft, dass Effekte wie diese verbessert werden. Machen wir noch mal Reveilleur oder was machen wir? Reveilleur! Eine Tür. Well, das ist ein Start. Da ist das Symbol wieder. Ich glaube nicht, dass du einen Weg sehen kannst... Ich sehe, Professor. Das Symbol hat das gleiche Glow als das, was ich auf dem Portkey-Kontainer gesehen habe. Wenn was du sehen kannst, zeigt die Weg nach vorne, dann darf ich sagen, dass wir das Geheimnis dieser Vulten finden. Lied den Weg. Oh, Spechtmeise. Ich bin... Bin seit heute, glaube ich, wieder ganz gut auf dem Damm. Hab mich endlich mal gut auskuriert. Investigate? Lumos. Lumos und Marialma auf dem Handy. Ich glaube, wir müssen unseren Weg raus ausziehen. Was bedeutet, unseren Weg rausziehen? Cool gemacht mit, der würde ich sagen. Sehr, sehr leid. Sehr, sehr leid. So muss es sein. Out of Gringotts. Schnicke. Konstruktive Kritik nennt man das, Mini. Wo hast du es? Ich sehe etwas vor. Was ist es? Das Glow wieder. Aber auf dem Boden. Reveilio. Reveilio. Blumos. Was ist passiert? Was ist passiert? Das Statue ist. Was Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als eine Reflexion in der Floor. Reveglio. Reveglio. Ich denke, das ist das, was du sah in der Floor reflektiert? Es ist. Der Reflexion ist noch da, aber die Statue nicht. Der Reflexion ist in der Richtung der Licht. Oh, Raytracing ist falsch, Leute. Raytracing ist falsch. Ah, schnell um die Kurve. Lumos! You've acquired the Wand Lighting Charm Lumos, which has automatically been slotted to your spell set. Lumos creates a light at the tip of your wand to help you see in the dark areas. Hold RT and tap Y to cast our Extinguish Lumos. Lumos! Well done! Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Und jetzt eine Runde Schach. Das sind unsere Bauern. Das müssten ja alles Springer sein. Oh, Protego! Protego! Accio! Dispendo! Levioso! Dipozo! Oh nein! Protego! Protego incoming attacks! Protego incoming attacks! Protego! Exposo! Descendo! Protego! Confringo! 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 Come greife mir an! Greife mir an! Oh, schlecht gemacht! Confringo! Exposo! Achso! Man muss einfach warten bis das nie läuft. Dipozo! Spielst du laut oder nicht? Confringo! Die sagen potato, ja. Proteto! Protego! Levioso! Exposo! Protego! Dipozo! Protego! Levioso! Confringo! Protego! Lumos! Lumos! Stay close! Na gut. Einmal ganz kurz Soundchecken letzter. War ein bisschen zu laut. War ein bisschen zu laut. Wir machen mal die Soundeffekte noch runter auf 40. Und Musik auch. Auf 40. Aber Dialog lassen wir oben. Wollen wir auch schon hören. Jetzt ist der... Professor! Professor Figg! Professor, woher sind Sie? Das ist nicht gut. Professor Figgus. Wo soll ich gehen? Was passiert? Die Wisps der Magie sind mir irgendwo zu führen. Ah, da sind sie mich zu führen. Ich schließe mich wieder. In Westigo! Wir brauchen den, der verkehrt ist. Ich schließe mich auf meine eigenen Zeit. Ich schließe mich auf meinem eigenen Zeitpunkt. Wir brauchen den, der verkehrt ist. Das ist ja klar. Oder brauchen wir den, der richtig ist? Sind alle falsch? Äh, Lumos. Lumos! Ah. Alle müssen richtig sein. Ich muss mich in die Mitte setzen. Da müssen wir hin. Da, wo sie sich treffen. Es scheint, dass ich keine Wahl habe. Ich werde... Ich muss diese Statuen mit ihren Reflektionen verbinden. Ah! Ah! Protego! Ja, das war doch nicht. Okay. Okay. Und warum? During Protego! To stun enemies with a Stupefy! Na, ich gucke mir das kurz einmal im Video an. Gedrückt halten. Und dann macht der Stupefy! Okay. Er war wie Kidabra! Uh, Lumos! Protego! Stupefy! Aha! Ja! Ich jemanden mit meinem Lumos, weil ich zwei Klassen gleichzeitig bin. Stupefy! 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 Protego! Stupefy! Stupefy! Kann ich. Ist aber nicht so leicht. Ist schon... Mittelklasse... Äh... Videospiel... Akrobatik. Protego! Stupefy! Okay. So ist jetzt gut vom Ton her, oder? Ich habe das Gefühl, der Ton wird gar nicht leiser, auch wenn ich das einstelle. Kann das sein? Es ist seit... Seit dem Anfang alles gleich laut. Ist immer noch laut, ne? Weird. Aber ihr seht, dass ich es runterschalte. Bleibt ja nur noch 20. 20 ist so dieses... das unterste... Minimum, was man macht. Als Streamer. Mal sehen, ob das hilft. Oh, Lumos! Lumos! Protego! Quatsch! Jetzt ist besser, ne? Jetzt ist tatsächlich ein bisschen leiser. Hat jedes Spiel andere Einstellungen. Manchmal prozentual, manchmal in Dezibilds. Naja. Aber jetzt muss es passen. Sieht super gut aus. Und ich sage, dass es super, super gut aussieht. Potato! Ist ja auch hier in Deutschland, heißt der Spruch ja so. In der Nähe. Wie hast du... Was ist das? Ich weiß nicht. Aber ich habe das in der Nähe, das, über dem Basin. Das ist kein nur Basin. Das ist eine Pensive. für die Erinnerungen zu sehen. Ich wundere. Follow my lead. Ist ja schon alles schön erdacht, das Universum. Da kann man ja nichts sagen. Auf die Idee muss man ja erstmal kommen. Ist teilweise geklaut aus Tolkien, muss man auch dazu sagen, aber haben wir schon cool gemacht. Oh, wie ist das? Wer ist denn das? Ein alter Headmaster? Ach nee, das ist der Seer, ne? Wir waren ja in seiner Butze. Mit seinem Protégé. Alles ist in Platz. Der Protégé ist gut geblieben. Vielleicht zu gut. Ich wundere, ob der Weg, den wir gegründet haben, vielleicht nicht möglich zu folgen. Das ist Percival. Wir haben ein bisschen was von Sean Connery. Haben wir einen Diebfake gemacht. Jeder Stream ab jetzt. Das ist das, was du siehst. Der Glow, der sie sich umgebrannt hat. Ja, Herr. Erstaunlich. Kann ich die Magie sehen? Träger. Von der alten Magie, um genau zu sein. Die Medichlorianer kann er sehen. Die Magie, die Miriam hat immer glaubt, existierte. Aber sie konnte nie... Miriam und vielleicht George sterben in der Bezug auf die Wege, die seit Jahren Jahren geblieben wurde. Und du, es scheint, bist der Schlag, um zu verstehen, warum. Ja, Anna, das ist der Sprudelzaubertrank. Wer waren sie? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Na, 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 na. Was ist das denn hier? Werden mehrere... Na, 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 na. Das ist hier Privatbesitz. Ich dachte, dass niemand mehr besitzen würde, Rackhamsvort. Und warum bist du hier? Keine Neu-Need für das. Nur gib mir was, was du hier gefunden hast, und wir können die Begones zu lassen. Ahem. Sir, they had the key to the Vault. Choose your next words wisely. I... I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key and you didn't have a... Oh! Na, 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 na. Ich muss mir in die... I have no patience for traitors. Now... Where were we? I'm not giving you anything. Hm. Well. Perhaps your young friend here will be more helpful. Garantiv nicht. Ah! Starke Nummer. Ah, das! The Lich King. The Lich King. Nein! I know a way out. Ja, geh. Professor! Professor! Oh! 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 Are you alright? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket and the path to both, wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Oh, Leute. Ach, so schön. Wünscht 2023 ist bisher das Jahr der positiven Überraschungen. Hi-Fi Rush und jetzt das. Ich glaube 30. So ein Mix können wir draus machen. Jetzt ist es ein bisschen zu leise. Ich nehme mal 30. Da hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr gewünscht. Ein bisschen mehr Volumen. Du meinst Splatoon 1? Stimmt, Tobi. Das ist auf jeden Fall Potter, oder? Das ist Potter, oder? Gut. Ich meine, ernsthaft jetzt. Das ist doch... Das ist doch Harry Potter. Für alle, die nur gucken später. Der Chat macht gerade... Sieht aber so aus im Lüge. Die machen Emojis in den Chat. Oh, ganz empört, das Kind. Das ist jetzt ein wichtiger... Irrer Moment. Ich wollte ja... Dieses einsortiert werden. Das ist ja... Schon cool. Ist der Headmaster nun kein Netter? Hallo. Hallo. Gubbelins. Ich habe keine Zeit für Ruhmungen, Fig. Und ich werde schnell verlaufen, was ich noch nicht hatte. Wenn du Glück bist, werden wir dich noch immer noch nicht getroffen, diese Nacht. Ich werde in Kontakt. Kommt ganz drauf an, wie du die Geschichte liest. Aber hier haben sie einen schönen Mix aus... Sequenzen und Spiel. Guck mal. Professor Weasley! Wir haben noch mehr, um zu bezeugen. Wer ist die Weasley? Das ist die Weasley. Habe ein Seat. Wow, wow, wow. Spechtweise, ja. Und nein. Es hält sehr komplex. Ah, ja. Ausgespäht. Ausgespäht. Alles über mein Browser-Histerie ausgelesen. Alles ausgelesen. Das hatte ich gerade gesagt. I can't wait to explore. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Ganz kurz, ich sage dazu, wir lassen uns einsortieren. Ich hier wird nichts. Ich mach nichts. Ich habe eine Sprecher-Histerie ausgespäht. Aber Ihre Professoren haben ein vieles zu tun. Daring, Curiosity, Loyalty oder Ambition? Daring bin ich nicht. Es ist entweder Curiosity oder Ambition. Was findet ihr denn? Bin ich mehr ambitioniert oder mehr neugierig? Ich bin schon neugierig. Eigentlich interessieren mich immer alle Details, wenn wir möglichst alles gesehen haben. Fünftens Lazy, danke Hippo. Axe sagt Ambition. Tobi sagt Curiosity. Ich denke auch, Curiosity, mein Erkundungsdrang ist schon wahnsinnig hoch. Mit in andere Länder fahren und da dann einfach gucken. Das ist ja fast schon eher Daring. Abstimmung. Ich mach das selbst, komm. Aber ich find euren Input wichtig. Ambition. Also es ist tatsächlich tight bei euch. Es ist sehr eng zwischen Curiosity und Ambition. Aber Ambition, ich hab ja auch jetzt nicht zum Beispiel die größten Ambitionen. Ich bin ja doch dann auch zufrieden, wenn ich zufrieden bin. Deswegen nehm ich Curiosity. A desire to learn? Ich finde, ich habe ein guter Puzzle und ich glaube, ich habe eine Ready-Mind. Hm, you're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready-Mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Really? Sure. Wir sind Ravenclaw. You belong in Ravenclaw. Da geht die Performance aber mal eben sonst wohin. Ja. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch-Season has been cancelled. Enough. It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. Am Ende ist so egal, solange irgendjemand den Snitch fängt, gewinnt das Team, wenn es nicht vorher megamäßig in Rückstand geraten ist. Und dann würdest du nicht den Snitch fangen wollen, weil sie erst Punkte machen müsste. Sehr mal der Regel. Sie sieht aus wie eine Frau, die ich im Real-Life kenne. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Ravenclaw. Klar, guck, hätte ich vorher jetzt nicht gedacht. Nehme ich. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. Na klar. This is the entrance to the Ravenclaw common room. Das ist die Großbrotter Wiesli, ja. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? Hmm. A non-being can never have been. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Das hätte ich auch gesagt. Unsere erste Nacht in Hogwarts, Leute. Ich bin schon ein bisschen... ein bisschen mitgenommen. Ich fühle mich mehr als abgeholt und transportiert. Oh, hier hat aber einer mit den Teppichen Mist gebaut. Ja. Jetzt sitzen wir hier in Hogwarts. Unfassbar. Wer hätte gedacht, dass ich da mal lande? Wir machen jetzt die Musik wieder lauter. Die scheinen einen merkwürdigen Dropdown zu haben. Zwischen... Huch. Zwischen 20 und 40. Wir machen mal auf 40 zurück. Und lassen wir mal die Soundeffekte sagen auf 30. Und ihr sagt mir, wie es sich so entwickelt. Musik ist aber wichtig. Der Appleby Arrows 1612. Der Vorgänger des... Jetzt kann ein Potterverse-Experte oder eine Potterverse-Expertin hier glänzen mit dem Namen des potterschen Wesens. Und für alle, die sich jetzt denken, okay, jetzt geht's weiter. Wir erkunden erstmal in Ruhe. Denn es geht hier nicht darum, die Story so schnell es geht durchzuspielen, sondern in Ruhe zu erkunden. Wir sind ja Ravenclaw. Das habe ich doch gerade erklärt. Das ist ein Team, nicht ein Besen. Achso, okay. Alles klar. Das ist natürlich noch... Da seht ihr wieder diesen... diesen Quatsch. Direkt rechts an der Schulter. Ist der Schatten da? Jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist er Schatten wieder da, jetzt ist er wieder weg. Schatten da? Weg. Da weg. Blöder Effekt. Am liebsten würde ich ihn ausschalten, aber dann sieht es alles nicht mehr so schön aus. Huch. Hallo. Huch. Weirder Spiegel. Aber so sind sie, die Spiegel. Manchmal ein bisschen weird. Himmel. Hoch oder runter? Wir sollen runter. Hm. Ich gehe kurz hoch. Übersicht verschaffen. Ah, da dürfen wir nicht rein. Stark. Die tuscheln über mich. Hey, Bigby. Danke für den Follower und welcome back. Hallo. Ja. Da kommt Konfetti aus deinem Buch, Dude. Hab ich getriggert, das Gespräch? Kam doch von links. Golden Gobstones. Empathisch. Zapp. Richtig. Ich habe ein bisschen für planten, wie Sie sehen. Plein zu treffen. Ich bin Samantha. Nice zu treffen, Samantha. Samantha. Ist Dittany used in Wiggenwald Potion? Es ist. Looks wie jemand hat sich über die Wiggenwald Potion studiert. Actually, Professor Fig told me über die Wiggenwald Potion. Of course. Ich habe gehört, du hast mit ihm studiert mit ihm vor Term. Er ist ein Enigma, Fig. Er hat sich über die Theory und hat sich über die Praktikale Magik. Hm. Er hat mir ein paar Dinge vor Termin taughtiert, aber das ist alles, was ich dir sagen kann. Ich hoffe, er hat dich über mehr als Wiggenwald erzählt. Du hast viel zu treffen, ich bin sicher. Hm. Ist es Hufflepuffs, die planten lieben? Die meisten Studenten werden ihre eigenen Ingenieuren produziert. Das Dritte weiß ich ja, dass das nicht der Fall ist. Das andere würde ich nicht sagen, weil mir diese Rivalitäten am Eimer vorbeigehen. Deswegen werde ich das Dritte sagen, um das Gespräch aufrecht zu erhalten. Ist es common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our Herbology teacher Professor Garlick encourages it. And I don't think Professor Sharp, our Potionsmaster, cares where you get your ingredients, as long as your Brews are all perfect. Okay. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Hm. In zwei Happen einen Apfel weggeballert. Alles klar, Sonny. Bis später. Aber mit den Teppichen... Sieht cool aus, aber ist ja eigentlich Quatsch, die so zu verlegen, ne? Was hat er denn hier für ein Problem? Why, hello? Would you like to take a look? Klar. Sieht keine Trompete. Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Acturas. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it, you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. So, there's two for big bang theory. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich finde, den Witz kann man ruhig mal sagen. Ähm. I've never been one for stargazing. Doch, I find stars. I heard astronomy is on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 50 years. You will be enthralled with the tower. Danke, Anna. Und für alles. Und für alles. Noch einen schönen Abend. I suppose I'll see you in class, then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Ah, the smell of fresh parchment, eh? Aha. Wow. Man. Das ist ja krass. Die, aber bleibt das Niveau so hoch? Auf jeder Raum, in den ich jetzt gehe, da sind Leute, die Themen besprechen. Das wirkt ja wahnsinnig lebendig. Nicht, dass ich mir das nicht gewünscht hätte oder nicht wünschen würde. Das ist cool gemacht. Aber ich frage mich, ob sie das Niveau hochhalten können oder ob das jetzt... Klar, den Common Room das erste Mal, wenn man drin ist, da muss man den auch super machen. Was ist hier los? Da könnten wir Feuer machen. Eine Fackel. Ignatia Wildsmith. Was wollte du denn? Oh, well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. Aber wieso wissen die denn da alle von? Äh. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a Toss Dungbong. Ne, firm but fair. And I'm still here. Wait. Did you say most professors are firm but fair? Ha. I did. But probably best I let you judge for yourself. Also ich könnte jetzt nicht aufhören. Ist schon sehr geil. I should wonder off before someone traces that Dungbong back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Und bisher ist die PC-Version da zumindest spielbar. Professor Weasley is looking for you just outside. Ja. Ja, doch. Vielleicht ja doch. Vielleicht lassen wir die noch mal ein bisschen warten. Hallo. Reveglio. Geht nicht mehr. Lumos auch nicht? Ah, das geht noch. Sehr interessant. Reveglio. Ah. Muss ich schön immer weiter trainieren, sonst geht das ja nix. Seht ihr, unter mir ist das quasi. Ähm, ja. Da ist ein Fadenkreuz mit Zaubersprüchen. Das hier würde ich gern anmachen, aber ich habe kein... Mach Feuer an. Potato. Wir wollen schon gucken, was ganz oben ist. Oh, hier wird recycelt. Sehr gut. Hallo. Hast du dich erschrocken, was? Ach, Mensch. Das ist ja witzig gewesen. Na, ihr beiden? Ach so, Shopping Queens. Ne, da gehen wir direkt weiter. Magisch. Und ihr beiden? Hi. Ja. Hallo. Huch. Ich habe hier eine Dinger geschossen. Lumos. Aha. Mal sehen, wie das ausgeht. Das ist ja erstmal ein ganz normales Schach-Opening. Ah. Da hat er schon verloren. Schach-Mart in drei Zügen. Klassiker. Ich kann mich nicht vorstellen, einen Hauleer zu bekommen. Es ist besonders vor der ganzen Schule, während einer Feast. Meine Mutter war schockt, die erste Mal, dass ich ihr einen Ool aus Hogwarts-Openingen zeigte. Sie hat nie etwas wie das gesehen. Sie ist ein Muggle, also natürlich ist das. Wir spielen schon. Was? Nicht das Gesicht machen. Man macht immer andere Lieder an. Die könnten für euch gerade ein bisschen zu leise sein. Na, und ihr? Was? Revealio. Ja, gerade unten in der Mitte ist, glaube ich, der Autosave. Wenn ich mich nicht erinnere. Ja, klar, die Gespräche scheinen kurz, aber gut zu sein. Ich glaube, du bist bereit für deinen ersten Tag in Hogwarts-Openingen. Aber ich glaube, ich muss wieder hoch. Ich habe mir gedacht, dass ich hier bin. Ich kann nicht glauben, dass ich hier bin. Na, du bist hier. Mach das most of es. Du hast nur einen ersten Tag in Hogwarts-Openingen. Jetzt, in lighten Ihrer unique Situation-Openingen-Openingen-Openingen-Openingen-Openingen, Ihre Ordinary-Wizarding-L Level-Exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the Head Master and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What if? Wir sind zerfleddert, oder? Hitchhiker's Guide zu Hogwarts können, sehr gut. Es ist sowas wie ein Pokedex, nehme ich jetzt auch gerade an. Nicht bummeln, ja, ja, ja. Ravenclaw Bust. Das Bust, created in honor of Ravenclaw House, resides in the lofty Ravenclaw Tower. Schön. Field Guide Challenges are the only way to acquire Experience Points. Mhm, okay. Das Menü. Das Menü sieht total aus wie Destiny. Oh, Black Leather Gloves. Die Schinden Eindruck, aber mag ich überhaupt nicht. Ich will die wieder loswerden. Ja, sehr gut. Ich brauche meine Hände. Facewear, da könnte ich mir einiges vorstellen. Äh, nein. Headwear. Hm. Ja. Ja. Warum nicht? Hi, Cat Toaster. Grüß dich. Gibt es auch noch ein anderes Outfit? Das ist was Doofes. Jetzt finde ich die Outfits und sowas spannend. Damit wollte ich mich doch gar nicht befassen. Das ist dann schon eine Ansage in Hogwarts. Das könnte ja schon fast immersionsbrechend sein. Mal sehen, ob das so durchgeht. Halt praktisch. Na, so wird man auch, macht man sich auch einen Namen in Hogwarts. Ja du ich habe mich kaum angezogen und bin schon da. Hallo? Guck nicht so auf meine Unterwäsche. Die flirtet, ja. Ich werde in dem Spiel... Ist doch ein Rollenspiel. Ich möchte eine Beziehung mit dem Bild wieder haben. Eine perfekte Möglichkeit, Ihnen zu zeigen, wie Flueflames zu nutzen, um etwas schneller zu kommen. Flueflames. Okay. Machen wir. Open map. Nice. Nice. Das ist das. Ah ja, guck. Schau einer an. In this view, you can see the Flueflames available in that region. Ach, das ist eine Schnellreisefunktion. Ah, I see. The right side of the map is where you find academic points of interest, including the Astronomy Tower, Library, and Greenhouses. Professor Weasley has unlocked the Central Hall Flueflames for you. Use the R-Stick to rotate the map and fast travel to the Central Hall. Das ist diese hier. Bilderbuchbeziehung. Ah, endlich. Hallo, Potsix. Schönen guten Abend auch dir. Und hier sind wir, ziemlich der Zeitsaver. Diese Städte führen direkt in die Zentral Hall. Du kannst fast fast von der Zentral Hall in den Kastel kommen, schnell von der Zentral Hall. Central Stutter Hall, wie wir es so genannt haben. Da war es also besonders schlimm. Bin ich mal gespannt. Also jetzt gerade ist es hier gut. Ich weiß nicht, wie es im Stream ankommt. Revealio. Oh, die Sequenz reviert. Ich finde unser Outfit gut. So würde ich zu Hause auch rumrennen. Can you tell me more about Charms? Nö, what's Hogsmeade? Weiß ich alles. Kenn ich alles. Wir haben viel zu lernen. Happily, your Professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revealio earlier, I'd say Professor Figgs succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Er... Er... Ja. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Figg has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil. Professor Figg. Hello. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare... aptitude for magic, it seems. Hmm. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Figg, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. Yeah. Mama. Mein Gott. Lass mich jetzt endlich loslaufen. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those... ...and I'll explain more about those... ...and we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Tschüss. Nee, ich will jetzt nicht schon wieder labern. Geduld, junger Paderwan. So, ziehen wir uns wieder eine Robe an? Es ist doch ein bisschen Immersions-Breaking. Es ist gleichzeitig ein bisschen cool. Also ich... Es klingt jetzt komisch. Ich würde so weiterspielen, also spiele ich einfach so weiter. Deal with it. Ich hab das jetzt an. Nicht ums... Ohohoho. Ohoho. Die Open World kommt später erst noch. Oh, dieser Schattenkack um den Charakter rum. Das macht mich... Irre. Guckt euch mal an der... ...an der Mütze an. Das sieht so behämmert mit der... ...dass der Schatten da drumherum weggeht. Will ich nicht. Wenn einer die Einstellung kennt, dass das weg ist, dann hätte ich das... ...ääh, gerne von euch gewusst. Sepp sagt zumindest den Kittel drüber. Hallo? Reveglio. Reveglio. Oh. Och, meine Güte. Reden wir erst mit Figus. Es ist gut, dich zu sehen, Professor. Und du? Ich war froh, dass unsere Schritte heute überrascht werden, bevor du dich in Studien ermöglicht hast. Wir können dir das erst mal ausmaßen, gute Idee. Großartige Rehloge, wenn du siehst. Die emotionale Reaktion von mir war ja auch was, was eigentlich nichts für den Spielen ausfragen. Und sie fühlt sich immer so ausfragen, dass sie Details mit dem Headmaster sharen, die besser bleibt zwischen uns. Entstanden, Professor. Gut. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of Witches and Wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, Why don't I show you the clever enchantment we included in the field guides map? Unfold it and have a look. Unfold it. Und jetzt? Achso, ich soll die Map aufmachen. Ja, 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 Sepp. Du hast vollkommen recht. Aber das ist ja auch nochmal wichtig, sich anzusehen. Okay. Die Main Quests. Mhm. Oh, es gibt Levels. Alright. Schon so ein bisschen Assassin's Creed, hä? Ja, will ich jetzt gerade gar nicht tracken. Muss ich das? Fangen wir an mit Charms. Konzentration. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead. What with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your Owls may hinge on the magic, you are able to master within these walls. Okidoki. Ach, das ist der Charmed Kompass. Guck mal. Wie in Fable 1. Können wir ihn wieder wegmachen. Schüsikowski. Was denn, Lenora? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Mm-hmm. Have you gained any insights about the painting, since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Ein neuer Subscriber. Bumm. Flat 6 Schnappi hat von Cosmo Cat ein Abo bekommen. Vielen herzlichen Dank für den Gift-Sub, Cosmo. Sehr schön. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been wrecking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. So, Lumos, huh? Do come and find me if you stumble on something in Lumos. That spot must be a clue. I should look around, in case it's nearby. Eine schattige Ecke mit, was ist das rechts? Ein fetter Mann mit Krü-Wasserkrügen? Ja, ne? Schattiges Eckchen. Treppe. This looks like the location from the painting. Danke, Captain Office. So, jetzt machen wir erst mal diesen Grafikkram. Das mit der Mütze. Dieser Glow an der Wand. Das kann mir doch keiner erzählen, dass es euch das nicht stört. Wenn ihr das seht. Wisst ihr, was ich meine? Auch über der Schulter. Über den ganzen Charakter. Das ist doch kacke. Wir machen mal DLSS aus und gucken mal weiter. Schmettegage links. Doch tut's? Okay. Äh, Settings. Wo sind meine Settings da? Graphics. Tu, 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 tu. None. So hoch ist die Auflösung eh nicht. Back. Immer noch da. Kein Unterschied. Also, DLSS ist es nicht. Schön jetzt. Da hab ich so ein kleiner Ausflug in die Grafik. So ist das doch immer. Man wird reingezogen und dann pedliert man sich in so einem Scheiß. Anstatt das Spiel zu spielen. DLSS können wir also wieder anmachen. Ja, aber was ist es dann? Was ist es dann? Kann man ja nichts einstellen hier. Die CD noch. Ne. Schon mal gespeichert. Das ist schon mal wichtig. Haben wir eine Stunde gespielt. Ist geil. Macht Spaß. Aber den Effekt hätte ich gerne weg. Aber ich glaube, den kriegen wir nicht weg. Befürchte, den kriegen wir nicht weg. Image Calibration? Ne. Man kann ja nichts einstellen. Was soll ich denn hier noch machen? Ich glaube nicht, dass es ein Bug ist. Ah, hier. Oh. Recommended. Ultra. Raytracing ist aus. So, was könnte es denn sein? Shadow Quality. Post Processing. Sky Effects. Motion Blur ist es nicht. Wir machen mal alles runter. Ich weiß ja nicht, wie die Engine gebaut ist. Vielleicht geht das ja auch gar nicht. Vielleicht müssen wir dann immer neu starten. Machen wir alles, alles low. Ist es auch. Das ist ja wohl ein Scherz. Ist denn jetzt alles low? Sieht doch fast gleich aus. Anyone fax, are you going to brood and peck with me? I've been wanting to go fucking. Ja. Der Effekt ist noch genau gleich. Pass auf, jetzt machen wir Raytracing an, dann ist es weg. Dann spiele ich auf low, extremely low details mit Raytracing. Was wäre es denn? Shadows, ne? Shadows wäre das, was wir bräuchten. And this is how he broke the stream. Ich wette, dass das auf der Konsole genauso ist. Komm, musst du mal drauf achten. Würde ich fast alles drauf verwetten. Was ist denn noch da? Bäh. Guck mal nach. Geh zur gleichen Stelle. So, was könnte es denn? Irgendwie eine Occlusion könnte es noch sein. Das ist bescheuert. Oder ist das Anti-Aliasing? Um den Charakter rum? Was ist denn, was wird denn eingesetzt? Ist ja, offensichtlich hat es was mit dem Anti-Aliasing zu tun. Nehmen wir mal DLLR von NVIDIA. Warum kann ich eigentlich nicht sagen, dass ich gar kein Anti-Aliasing haben will? Das Stand muss neu starten. Dann machen wir das mal. Wir haben ja gespeichert. Also wir machen alles runter. Das ist so weird. Sorry, Leute, aber es macht mir Spaß. Wir machen das jetzt trotzdem. Ich weiß, es sind jetzt einige da. Oh, spiel doch einfach das Spiel weiter. Es war gerade so gut. Es hat gerade so Spaß gemacht. Wir machen alles wieder aus. Wir machen alles aus. Alles low. Kein Upscaling. Der Rest passt. Und dann machen wir aus und wieder an. Und dann gehen wir nämlich auch ins Game. Und sagen wir bei Game gleich. So. Nun hast du es nicht angemacht. Was, du meinst Raytracing? Ah, ja, dann müssen wir es eben nochmal anmachen. Wird ausgeführt. Entschuldige bitte. Nein, wird es nicht. Ah, diese DeNovo-Kacke. Oh, fast recht. Ist mir vorher nicht aufgefallen. Nein. Mir sind die SSAO-Schattenungereimtheiten bisher nicht störend aufgefallen. Jetzt muss ich da eh mal drauf gucken. Leute, that's my job. Sorry. Not sorry. Ich bin hier, um euch aufzuklären. Nicht... Nicht um euch zu verklären. Es gibt hier immer die Wahrheit. Unverblümt. Guckt mal, das ist auch bei jeder Wasserreflexion so. Übrigens in jedem Triple-A-Game. Es ist die Seuche. Furchtbar. Ist auch in The Witcher zum Beispiel scheiße. Vielleicht geht's ja mit Raytracing. Wir spielen... Vielleicht, wenn wir es hinkriegen, stellen wir das Spiel jetzt so ein, dass dieser Effekt nicht auftritt, es aber noch spielbar bleibt. Das wäre ja der schöne Vorteil der PC-Version. Mein PC ist nicht zu lahm, du Nase. Das hat doch damit gerade gar nichts zu tun. Tu vieles. Tu alles. Aber bitte klär uns nicht auf. So, auf very low details. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das sieht jetzt low aus. Wow, manual safe ist gut. Also, hier haben wir das Problem nach wie vor auch. Jawohl. Wir gehen davon aus, dass das Einzige, was es lösen wird, Raytracing sein wird. Richtig? Das ist unsere aktuelle Working Theory. Richtig? Dass es Raytracing Shadows und Raytracing Ambient Occlusion ist. Die Reflections können es nicht sein. Restart the Game. Machen wir... Mit Vergnügen, liebes... Spiel. Mit Vergnügen. Border 0 Pixel importen. Was sagst du denn da jetzt? Was sagst du denn da Interessantes? Das wird so gut aussehen, wenn das fertig ist. Ich habe ja mal in der Auflösung, die da gerade genannt wird, nur umgekehrt. In 480 mal 360 Pixeln habe ich tatsächlich auf einem alten 32 Zoll Fernseher reingezoomt, Dark Souls auf dem PC durchgespielt. Das war meine erste Dark Souls Erfahrung. Weil ich nur ein MacBook hatte und da dann über Bootcamp auf einem MacBook mit Intel Grafik Dark Souls durchgespielt habe, musste ich in 640 mal 480 mit Borders, mit schwarzen Balken oben und unten in 4 zu 3, reinzoomen mit dem Fernseher, so dass es ein volles 16 zu 9 Bild war. Es sah grandios scheiße, aber irgendwie auch geil aus. Halt so wie eine Nintendo DS Version oder so von Dark Souls ausgesehen hätte. Das finde ich so geil an PC Gaming, dass sowas halt geht, dass man das machen kann. So Low Speck. Guck, so hat jeder Stream so seinen eigenen Twist, ne? Ich wüsste, das hier hat noch keiner gemacht. Ah je. Ich wusste, dass das kommt. Aber das regt mich jedes Mal auch so auf, wenn Spiele das nicht hinkriegen. So, RTX on. Grafikkarte ist, Lüfter gehen schon mal alle an. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Ja. Ja. Nee. Ein neuer Subscriber. Big B. Ja, nee. Ist immer noch scheiße. Ja, aber... Was ist denn... Was ist das denn genau? Was ist denn das Problem? Was ist das Problem, dass um den Charakter herum alles so scheiße sein muss? Das ist doch eine Anti-Aliasing-Geschichte. Meine Augen sind das Problem. So können wir es uns jetzt natürlich schönreden, dass das nur eine Aura ist. Ja, nee. Wir kriegen es nicht weg. Wenn das auf jemand auf YouTube sieht und ein Kommentar da lassen will, wie man den Effekt los wird, es ist ja eindeutig was mit Ambient Occlusion oder mit Anti-Aliasing um den Charakter drumherum. Ne, dann regeln wir das. Und jetzt mache ich wieder die Einstellung von eben. Mach Raytracing aus. Und wir spielen schön das Spiel weiter. Wir konnten ja offensichtlich auf Ultra spielen. Obwohl, das halte ich für Quatsch. Wir spielen mal schön auf High. Okay. Okay. Sieht man eh keinen Unterschied. So. Da. T-A-A. Upscaling hat gut funktioniert. DLSS. Das lassen wir an. Ja. Läuft. Depth of Field wird es ja nicht sein, ne? Das wäre weird. Ne, ne. Das ist nur der Effekt in den Cinematics. Kennt man ja. Chromatic Aberration. Was ist damit? Das habe ich aus. Ne, das ist auch was anderes. High macht Spielen am meisten Spaß. So, gleich geht Hogwarts Legacy weiter. Wir haben übrigens, das möchte ich dazu sagen, so bescheuert kann es nicht sein, wir haben nicht einen Zuschauer verloren. Wir haben nicht einen Zuschauer verloren. So sieht es aus. Genau. Ava mag nicht chromatisch apparieren. Das finde ich blöd. Natürlich ist in diesem Zeitpunkt, genau in diesem Zeitpunkt hat jemand gesagt, dem zeige ich diesen blöden Mixer. Jetzt gehe ich raus aus dem Stream. Kann alleine weiterspielen in seinen Optionen. So, jetzt machen wir auch mal direkt über Spielaufnahme, wie es die Profis machen. So, Quellenspiegel aus. Bupp. Michi, Game und Michi. Korben, gute Frage. Wenn das nicht geht, geht es nicht. Typisch Xbox, typisch Microsoft. Oh mein Gott. Mein Weileid. Wäre nicht das erste Mal, dass es nicht geht. Tatsächlich glaube ich, dass es das ist, wenn man die Shader irgendwie ausschalten könnte. Das sieht aus wie die Location des Schildes. Was könnte so speziell sein? Lumos? Reveglio. Reveglio. Statue of Gregory the Swarmy. The Smarmy. Smarmy. The Wizard famous for inventing Gregory's Unctuous Unction. A potion that makes the drinker believe whoever gave them the potion is their best friend. Okay. Was hier mit diesem Butterfly? Lumos? Lumos. Ah, ja. Let's get you back to your frame left him off. Ah, cool. Ja, ja, klar. Eine Motte. Die fliegt dem Licht hinterher. Und jetzt? Ein neuer Subscriber. Danke, Bobby. Dein Koti war ein Ende. Kalte Cola, was will man mehr? Grüß dich. Herzlichen Dank für dein Abo. Auf Stufe 3. Bobby kriegt dreimal so viele Materie, Support Materie beim Zugucken. Bobby, hast du unser Ambient Occlusion Dilemma gerade schon mitbekommen? Wir sind alle Grafik-Settings einmal durchgegangen, um diesen blöden Schatten-Effekt hier am, um den, das Anti-Aliasing des Körpers drumherum wegzumachen, aber es geht nicht weg. Kannst du machen, was du willst. Oh, die Schlange. Oh, die Krabbe. Oh, was ist denn das? Oh. So, dann nehmen wir die lustige Krabbe. Schicker Schlafanzug. Danke. Ich finde es auch cool, dass das geht. Und wenn wir was Besseres finden, dann ziehen wir das an. Aber ich lasse mich hier nicht in eine Schuluniform zwängen. Erst recht nicht eine Robe, die klackert, die schlackert dann immer unten gegen die Waden. Das kann ich überhaupt nicht haben. Das ist ja ein Rollenspiel und das hier bin ich, Ava 7. Und ich habe mich dagegen entschieden, diese Robe zu tragen. Aber mal sehen, was wir noch so finden. So, und nun? Oh, da oben. Wieder transmogrifizieren auf den Schlafanzug. 3M, das ist in jedem AAA-Spiel so. Das wird nicht gepatcht, das ist normal in den Engines. Ich kann es dir noch in 10 anderen aktuellen Spielen zeigen, wo es genauso aussieht. Das fällt euch bisher nur nicht auf, das ist, tut mir leid. Follow the clues? I'm not telling. Follow the clues. Zum Kackermachen der Schlafanzug hat schon bei Melania funktioniert. So ist es, so ist es. Es ist zum Beispiel in Elden Ring genauso 3M. Das habe ich in 38 mal vier Stunden genauso durchgemacht. hier ist es übrigens auch zu sehen. Da ist der Effekt dann über dem, das ist, ja, egal, lassen wir das jetzt. Du, 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 du. So dramatisch ist es dann doch nicht. Ich wollte aber mal darauf hingewiesen haben und ich muss anmerken, offensichtlich war es nicht der Menschheit so bewusst, wie ich jetzt gedacht hätte. Ich hätte jetzt auch gedacht, ja, das nervt mich auch immer, sagt ihr. Wow, sieht das cool aus. Spiel mir ein Lied, Barrett. Ich mach dir Licht. Lumos. Reveglio. Was sind Sie jetzt? So. Das Lied kennen wir. Das ist ein schönes Lied. Ähm, das hier zum Freischalten brauchen wir nicht, ne? Freigeschaltet ist grün. Weiß ist nicht freigeschaltet. Ich verstehe. Uff, cool gemacht. So, jetzt seht ihr unten mal das Interface, ne? Wo ich jetzt hier in der Mitte hocke. Was mir ein bisschen fehlt ist... Oh! Wow, das war ja cool, dass die da durchgeflogen sind. Aber ein bisschen fehlt mir Bewegung in den... Ja, doch, die Bäume bewegen sich. Man hat auch ganz leise draußen Geräusche. Könnte ein bisschen lauter sein für mein Empfinden. Wir müssen es auch ein bisschen lauter machen. Da ist schon leise draußen. Whee! Lumos. Rebellion. Irgendwas macht Kling. Für deutsche Kling irgendwas? Hm. Ich sehe nichts. Über mir? Rebellion. Möglich, aber wir können... Wir können da nicht hoch. So, wie ging denn nochmal der Spruch um? Uns den Weg zu zeigen. Ach so, wir haben nichts zum tracken. Dann machen wir das nochmal. Kommen wir hier auch auf die Map? Ja. Das machen wir zuerst. Die Charms, Klaas. Ist doch klar. Jetzt Steuerkreuz hoch. Hui! Verkehrte Richtung. Ach Mensch, war ich auf dem richtigen Weg. Ganz intuitiv. Es regnet. Also tut ein bisschen so. Es regnet ein paar Bindfäden. Hier bin ich aber verkehrt. Ich wollte nicht die Fenster ganzen Tag. Klaas. Hier können wir ja stundenlang einfach nur rumrennen. Hier. Nach dir. Hier ist ein örtes Sitz. Danke. Hallo. Ich bin Nettie. Also du bist der neue Student. Hast du noch Professor Ronan gesehen? Ahem. Shall we begin? Welcome to Year Five of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of Charmwork. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? Ah, 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 ah. I am afraid it is too late to study now. Hmm. My, the summer months must have really taken a toll on you all. by the looks of it you all spent your holidays practicing obliviate on one another. He, 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 he. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Hmm? Hmm. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Da war die andere, die wir auch gut kennengelernt haben. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get it to please now. Akio. Akio. Und jetzt? That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential. I want to develop an app for Apple. Potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss O'nai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. When I read the comments here correctly, I find the most the English Synchro, where they hear them, better. And they have been with the German played. That's weird. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch-Players amongst us would agree. Für mich ist aber gerade diese Welt sehr englisch, sehr britisch. I have the books also in English gelesen. Wow. So why don't we have our newest student starters off? Sure. The Schuhe muss ich unbedingt verändern. Accio. Accio. Ah, okay. Verstehe. But instead of throwing the... Very good. I see. That's it! Come on! Yes! Very good! Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Anai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up! Uh! Welch hab ich? Blah. Yes, sir. Ach, sie fängt an. Starker Beginn. Yes! Achio. Nein! Gerade so auch 30. Ey, nicht in mich rein, du! Jesus! Kann ich sie runterkicken? Das muss doch gehen. Das muss gehen. das ist ansonsten ein langweiliges Spiel. Geh da mal zur Seite. Nein! Nein! Ja! Kick mal da rüber noch! Ich glaube, das einzige, was ich noch machen kann, ist so meine in die 50er und ihre runter. Mit voller Granate. Nein! Oh Gott! Aus! Yes! Yes! Uh-huh! Da-da-da-da! Na-na-na-na-na-na! Let's make this a bit more interesting, shall we? Oh, dankeschön. Finde ich auch cool. Ja, das wird wohl nichts, ha? Ja, brauchst gleich so zu gucken. Ich guck nicht hin. Ich hätt gern den anderen... Ach, hier. Nee, nicht ihre auch. Verdammt, in der Art. Very good. Haha, das ist cool. Let's see this. Hmm. That is how it's done. Ach, hier. Damn. Quite impressive. Watch this. Okay, ich muss eigentlich nur den in die 50 ziehen. Achio. Nice. Very good, both of you. Well done. Sehr cooles Minigame. Was hab ich da gerade gesehen? Ein dickes Skelett? Da kann ja noch was kommen. Das ist Hagrid's Hütte hier, oder? Oder was ist das? Mit der Windmühle? Klaus ist dismissed. Gather your things on the way out. Hey, Hartel Chris, grüß dich. Schönen guten Abend auch dir. Good game back there. I must admit... I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly. I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my fourth year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Hmm. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. Cool. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialised before me. This enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Hmm. Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Mhm. Demnächst, Wagadu Legacy. Sehr cool. That's incredible. You can cast spells without a wand. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Fond of the wand. It's nice to learn about another wizarding school. Fond of the wand. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Koya. Of course. You can use Akio on your hands. A word, if you would. If you're so interested. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? It did. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Well. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Yeah, okay. Erstklassig. Errungenschaft freigeschaltet, hat mir Steam gesagt. Hello. Hello, wieder. How was your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. Ne, 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 das wollte ich nicht sagen. Na, ist dein Wund kaputt? Achio. Ah, we should. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Lumos. And by the end of it, the minister for magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbye. Jesus! I will say for the boy who says you're telling life. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight, fight. It's a bold attack. Was the minister a boot or the minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't Flack. But you're all in trouble with Professor Black. Entschuldigt, Entschuldigung, Entschuldigung, ich wollte das mal lesen, sind aber auch geduldig. Hallo. Warte mal, komm du mir mal nach Hause. Hufflepuff. Wie geil ist das denn? Hau ab, du blöder Geist. Frech. I've always said that travel broadens the mind. My dear Satyavati, you'll be pleased to hear that I received word from my contacts at Cambridge, who conceded that they had in fact been incorrect in their understanding of meteor showers. It seems that an Irish astronomer and a British astronomer both built upon the work done by an Italian astronomer, all muggles, mind you, as far as I know, to propose calculating the position of the dust at Earth's orbit as means of connecting meteors to comets. Brilliantly. Brilliant, really. One can only imagine what they might do with an enchanted telescope. Frustratingly, in my correspondence I did feel that I had to continue using the pseudonym from my days as a gentleman scholar. Whilst I still find it rather exciting to have a secret identity, the reason irks me. I am so looking forward to our trip later this year to Jantar-Mantar. What an adventure we shall have. I miss you, dear sister, and I do hope you are well with love. Secreta. Sydenum. Sydenum. Nicht mal die Lehrer sagen, was muss erst ein Geist vorbeikommen. Ja, well. Aber cool, dass sie das eingebaut haben. Gefällt mir. Ist das die Wizarding World? Ah. Da ist unsere Welt drunter gelegt. Das ist ja cool. Wie schön, dich zu sehen, mein junger Freund. Ja, ja. Siehste? Die war begeistert. Was ich hiermit machen kann, ist mir noch nicht so ganz bewusst, wenn ich L-Trigger gedrückt habe. Oh. Ach so, das ist ein Aim-Mode. Aha. Cool. Der ist aber auch, die Ruhe ist weg hier. Headshot. Ja, diese rumgeflirte Reihe hier, mitten on school grounds. Schluss damit! Hm. Hier kommt der Sittenwand. Hier ist ein Chest. Aber ich kann nicht warten, was du probierst. Er ist schon wieder. War Cage! War Cage! War Cage! Und, 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 und Snape? Ne? Oder? Das ist es doch! Das ist doch hier! Cool! Wow! Was spoiler ich jetzt? Was? Jeder kennt Harry Potter! Harry Potter! Oh, die Eule wollen wir aber nicht zerfetzen. Kann ich mit ihr irgendwas machen? Protagon! Protagon! Achio! Lumos! Well. Hm. Das ist so dieser typische Videogame-Jump. Selbst ich kann höher springen als das. Aber gut. Und geht noch weiter nach oben. Potato! Ich habe vergessen vergessen, dass ich wieder geklappt habe. Das hat mir auch mal passiert. What?! Du bist derjenige, der jetzt einen doofen Kommentar ablassen muss! Ah! Gar nichts habe ich vergessen! Du mit deiner blöden Uhr! Frechheit! Und dann kann man noch nicht mal durchgucken. Oh! Da oben ist eine Hexe lang geflogen. Hm. Ja, schön. Ich hätte jetzt hier gern noch was gemacht. Aber ich habe mir nur einen doofen Kommentar abgeholt. Gut. Anscheinend gibt es irgendwann nochmal eine Astronomy-Class, wenn ich das richtig verstehe. Hier ist aber nochmal ein... 26... Guleonen? Was war es? Dublonen? Galeonen? Geld. Da war was! Reveglio am Fernrohr. Oh, da gehen wir nochmal hin. Ne, Moment. Falsch. Oh, tatsächlich. Danke sehr, Korben. This telescope is the finest stargazing instrument of its kind. Perfect for viewing the moon and the stars and anything else one might find in the night sky. She. Ooh. Reveglio. Aber jetzt rennen wir nicht ganz zurück. Ich bin ja nicht... Bin ja nicht, äh... Bin ich ja nicht. Wir haben doch ein Videospiel. Mal. Erstmal akzeptieren wir das hier und boosten uns dahin. Oh, hier ist wieder so ein Ding. Ach, hier. Ach, hier. Nein. Loomus. So. Wir sehen. Eine... Wandbemalung eines... Ah, schwer zu sagen. Weißen etwas vor einem... Eine... Eine Umziehkabine oder sowas. Oder ein Türmchen. Weißes Türmchen mit Blume. Ja, kann man sich schon mal merken. Ach. Ach. Wo ist das? Nein. Oh, da war schon wieder Ding. Oh, dieses Ding. Da. Ist nicht Ding, da ist das... Ah, das ist wahrscheinlich das, was Ding macht. Oh, was haben wir da? Das ist die... Die Travel Point? Aha. Das ist ein Skeleton an irisch phoenix oder Augry. An intensivisch shy bird, who can forecast the coming of rain and whose mournful cry was once believed to foretell death. What did I tell you about making friends with Muggle-borns? Schluss 20 HP. Wir gehen... steil bergauf. And if I hear from this woman again, I will see to it myself that you don't. Pfff. Ach, hier ist so ein Zettel, der sich zerfleddert. Ja, geil. Eine Hexe, die verbrennt. Das ist ja furchtbar. Boah, gibt das hier viel zu sehen. Viele Globie. Globie. Reveglio. 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 Schon wieder Ding. Das Ding könnte einem nach der Weile auf den Keks gehen. Hier ist jetzt auch kein Ding mehr. Hm. Wir gehen mal weiter. Hier noch schön freischalten. Was? Ich gehe jetzt hier zum Unterricht, Mann. Gucke ich auch mal geradeaus? Warum gucke ich immer nach rechts? Ist da was? Da ist ein Auge. What? Hm. Bombarda? Levi-O-Soul. Professor Hecate. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in Eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. 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 To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levi-O-Soul. 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 A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruett? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned. Start with something small. Levi-O-Soul. 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 associations Das wär bitter. Let's begin with basic cast. Aha. Jetzt haben wir ein bisschen Star Wars Muckerts. Da 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 da. Dimm. 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 Remember, a surprised opponent is a weak opponent has master. Levioso. Go! Now the basic cast. Well done! Sehr gut, aber der beste Weg, um es zu trainieren, ist durch Dueling. Wir beginnen mit euch. Duelist, take your marks. Zeit für ein proper Hogwart zu willkommen. Jetzt ist es doch wieder ausgeglichen. Guck mal. Oh, wie ging Protego noch mal? Nein! Das ist einfach. Das sollte einfach sein. Spiegel. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich sage, ich bin ein Quintler. Ich bin ein Gewinner. Lebiosa. Wenn alle meine Studenten waren. Ha! 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 I dominated this guy. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Hm. Ich glaube, die greifen meine Kamera ab, dass die wussten, dass ich jetzt gerade grinse. I put you on the spot and you rose to the challenge. Points for Ravenclaw! Ravenclaw! Thank you, Professor Hackett. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it. And they must achieve it. A classroom duel is one thing. But battling dark wizards, or as ever more likely, Goblins, is a different kettle of grindalones entirely. Understood, Professor. Okay. Bei ihr hat er sogar eben gerade so ein Outliner. Hat er das gesagt? Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again. Well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Alright. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Mhm. Hallo. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Huh. Always thought, Leviosa was for first years. I'd hate to face Professor Hackett in a duel. Und 50 Punkte Abzug für das Nicht-Tragen einer Schuluniform kommt am Ende des Schuljahres. Das wäre, das wäre der Hammer. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again. Perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive unsanctioned dueling organization. Nein, no interesting. No, no, no. Suspicious. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes. To keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. So, if you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library. You just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Well, first for Luke and Rat will be near the clock tower entrance. If you're interested. Until next time. Oh, Moment. Oh, Moment. Oh my God. Oh my God. Wow. New quest available. Secret dueling club soll ne quest sein. Will ich aber gar nicht haben. Keine Assignments. Oh, Relationships. Nice. Hm. Puh. So, und nu? Jetzt haben wir frei. Äh. Dann geh ich jetzt nach Hause? Weasley Afterclass. Da ist es doch. Geh mal schön hin. Hui. Dann werden wir das Schloss ein bisschen kennen. Da 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 da. Reveglio. Oh, Gott. Diese Glocke. Achio. Hm. Lebioso. Aha. Bastas? Reveglio. Neymar, du mal ein PIN. Nu, 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 nu. Das Fountain in der Transfiguration Courtyard hat eine Likennesse von ein Wivan oder Wivan und serves als ein relaxinger Platz für die Studenten zu gather. Despite rumours, to the contrary, possibly started by Sir Cadogan, this is most assuredly not meant to be the Wivan of Wai slain by the lively knight in spite of himself. Ah, der macht auch bei den Wegpunkten. Off on another adventure, are we? Ja, das wäre ja eigentlich gut, wenn sie das unterschiedlich machen würden. Hier ist ein Geist am schneiden der... Büsche. Hallo, Katze. Jetzt ist Plusi nicht da. Oh, wie süüss. Gut gemacht. Meer. Äh... Levioso. Accio. Lumos. Protego. Okay. Ist ne schöne Animation. Aber schon beim zweiten Mal die gleiche. Nicht, dass das jetzt alles anders gemacht hätte. Ich würde sie nur halt gerne adoptieren. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh! Excuse, Deke. Ah! There you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecate and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learnt. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Gar nix, habe ich gelogen, Korben. Ich will nach Hogsmeade und mir Klamotten kaufen. Ich habe schon drei Schätze geboren. Regarding the trip to Hogsmeade, I mentioned earlier. We've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes and spell crafts. Thank you, Professor. Nice. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Ready to go. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Yeah, Natsai, bitte. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood. Grüß dich. Ich würde das und will das auch gerne spielen. And his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow. If you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. Original zweimal. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the three broomsticks. Für alle, die nur, ähm, die auf YouTube nachgucken. Harold the Payne hat gesagt, ich hätte wetten können, dass du Metroid Primary Master statt Hogwarts spielst. Aha. Velvet School Rope haben wir jetzt bekommen. Okay. Wenn das kein Zeichen ist. Inventory. Ja, macht's jetzt aber nicht besser, ne? Nee. Nee, nee. Ich zieh gern was an. Aber ich will nicht diese Robe, die unten an die Waden schlackert. Das mach ich nicht. Wir können drüber reden, dass wir den Schal loswerden. Der ist schon ein bisschen albern. Da bin ich bei euch. Und der Hut war ja auch eher so eine kleine Belustigung. So. Dann gucken wir mal, was wir finden, ne? Plus fünf Offen... Ernsthaft? Das macht meine Offensive besser, der... Die Unterwäsche kann man ja nicht loswerden. Was ist das? Äh, wieso ist das jetzt weg? Oh Gott. Wo sind die Quests? Legendary Gloves. Legendary Gloves. Legendary Cape. Kriegen wir als nächstes. Aha. Das hier würde ich haben. Locate on Map. Da steh ich doch direkt davor. Ist doch alles super. Sebastian. Ah, da du bist. Du hast ein neues Spell, das mir zu教en, Professor. Ja, das mache ich. Und ein sehr wichtiges. Der Mending Charme, Repero. Er schießt alles richtig. Er schießt alles richtig. Er schießt alles richtig. Er schießt ein brokenes Objekt, als gut als neu, in der Blink eines Augen. Tobi, für mich hat es eigentlich echt gemein, als gut finden würden, das wäre der Hammer. Wir machen den ersten Naked Run in Hogwarts Legacy. World first. In einem Effort, zu euch mit deinen Beinen zu treffen. Ein paar von deinen Professoren haben auch entschieden, das zu tun. Aber erst einmal, jeder wird sich fragen, dass ihr ein paar preliminäre Tasche beitragen, um eure Magie zu erinnern. Ich habe heute eine gewählte. Sieh sie durch und dann zurückgekriegt sie zu mir. Wir werden Sie in keinem Zeitraum haben. Ich beginne direkt auf der Aufgabe, Professor. Ja, was soll ich denn machen? Professor, warum muss ich diese Tasche beitragen? Nein, das will ich nicht fragen. Sie sind gebraucht, um dir zuerstes Erfahrung zu geben. Verwärts. Collect the Flying Page in the defense against the Dark Arts Tower. Collect the Flying Page near the broken statue. Ok, wo ist die Broken Page? Gucken wir mal. Ah, ja. Ah, da haben wir es ja. Guckt mal, guckt bitte mal links an den Bildrand, Freunde der Sonne. Warum schiebe ich denn eine weiße, helle Reflexion vor mir her, wenn ich die Kamera bewege? Oh, oh. Und jetzt kommt sie von rechts über meinem Kopf rein. Oh nein. Oh nein. Und jetzt könnt ihr euch jedes Triple-A-Spiel der letzten drei, vier Jahre angucken. Unter anderem auch Cyberpunk oder sonst was. Und ihr werdet genau den gleichen Effekt sehen. Oder Metro Exodus. Oh, äh, that's fine. Absolut behämmert, dass da die Schatten oder die Reflexionen dieser Gebirge einfach mal weg sind. Das ergibt keinen Sinn. Einfach nur bescheuert. Und es kotzt mich an. Und es sollte uns alle ankotzen, damit die das Ende... Das gehört nicht... Das gehört nicht so. Das ist die Aura der Depression. So ist es. Die Aura der Depression macht mir die Spielgrafik kaputt. Das schaue ich mir nicht an. So. Wo ist die olle Seite? Oh. Ich war gerade ein bisschen größer. Jetzt will ich mich schon wieder. Da ist sie doch. Äh, äh. Oh ne, Quatsch. Ich hab eben gerade... Uh. Wow. Das kann ich nur machen, weil ich die Unterbüchs anhab. Mhm. So, jetzt die andere. Das haben wir ja gesehen, wie gut Raytracing da geholfen hat. Gar nicht. Gar nicht anmachen, ist genau das gleiche. Gleicher Kackeffekt. Sollen sie den Field of You wieder auf 50 beschränken, wenn sie das nicht hinkriegen über die ganzen Bild. Nook, was will die mit hern sehen? Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Nook. The girl whom everyone at school hates for no reason. Kann ich mir gar nicht erklären warum. I'm sorry, the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My Gobstone Collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with Gobstones? Little balls. Little balls, like marbles. Grand game. Hast du gerade meine Balls klein genannt? Du Kind. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly Gobstone spit. It's their own fault for losing. Emelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my Gobstones and hidden them in very high places all over the school. Das ist ja fast witzig. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway. I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Do you have any suggestions on how to get your Gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my Gobstones that high, got up there somehow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my Gobstones, do come and see me again. Oder ich behalte sie. Oder ich behalte sie. Cool. Ich wollte, dass die Tür vor mir aufgeht. Da zum Beispiel, ne? Rivellio. Bing. Ich glaube, die preliminärer. Ich habe die Anzeiten gemacht, Professor. Marvellous. Du wirst jasen wissen deine Weg um die Basis. Das ist ja fast. Lass uns den alten Menden Charm ein. Trens, dann. Schau mal. Re记bt, dass du entscheidest in deinem Anzeichen und Bewegung. Ich will sehen ein bisschen Vigor. Jetzt! Wand at the ready. Yes, Sir. Re记bt, Ah, jahrelanges Training am Analogstick zahlen sich aus. Ich hab Schmutz an meinem Unterbüchse. Ich bin schmutzig. Was ist da denn los? Weil ich mit diesem ollen Rollen angefangen hab. Ich flipp aus, wie cool ist ein Ass denn? Das ist ja schon gut gemacht. Das ist ja schon gut gemacht. Nö. Könnte ja auch mal was schief gehen, ne? Aber wir sind echt ein vorbildlicher Schüler. Und dann gibt's nix mehr. Oh, was ist da oben? Was ist da denn? Halt, falsch rum. Ach hier! Mensch, hab ich da am Anfang gewusst, dass das da oben drauf ist. Gibt's doch gar nicht. Spieldesign. Wenn das nicht mal ein Gobstone ist. One of your balls. Meinst du, ich bin noch ein bisschen nass hier? Das ist schon gut gemacht. Tja. Rebellion. War's das jetzt oder was? Wo geh ich jetzt hin? Ne, ich will jetzt nicht Zenobia's Gobstones alle finden oder was? Äh, äh, nö, da will ich lieber hier nach Hogsmeade, wollte ich jetzt. Das ist gut. Du bist in deinen Nachtschlösen. Ich werde auf meinem Weg sein. Was? Für einen Freund von mir. Geh nicht schuldig. Entschuldige mal bitte. Ich zieh mir nie was an, wenn ihr hier immer jeder was dazu sagt. Ja. Du. Hast du eventuell gerade einen Side-Quest angefangen? Mit ihr? I don't think so, unfortunately. Äh, Exit. Exit ist hier. Ach, hier ist der Ausgang. Ja, wer hätte das gedacht? Rebellion. Sehr gut. As a Muggle boy, I used to feel I had a lot of work to do if I wanted to catch up to the other students. Now I realize that no particular group of wizards has the Monopula. Owls, fascinating. Whaaat? Charming school cloak. Gucken wir uns mal an. Wieder Saubär. Inventory. Stimmt, die haben ja tatsächlich was. Offensive plus 6. Plus 5. Extraordinary. Superb. Ja, das geht schon in die richtige Richtung. Das geht schon in die richtige Richtung. Das könnte ich mir. Das schlackert. Moment. Sehen wir denn den Unterschied? Ja. 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 Das ist einer der Besseren. Der schlackert eher in die Kniekehlen. Das finde ich nicht ganz so schlimm. Das ist, äh, okay. Kann ich denn auch... Da gibt es doch ganze Auto... Uh. Aha. Wo sind denn die? Ich habe doch angeblich so tolle Handschuhe bekommen. Hm. Na gut. Wir wollen keine Hose. Wir wollen Abas Freude sehen. Äh, äh, aha. Äh. Ich habe sie im Buch abgeholt, ja. Ich habe sie angeklickt. Wir können doch mal gucken, Tobi. Gucken wir doch mal. Das war bei Quests, ne? War das bei Quests? Nee. Challenges war es, glaube ich. Da. Siehst du? Habe ich draufgeklickt. Steht Completed. Und Gear Appearance Reward. Legendary Gloves. Habe ich draufgeklickt. Ah, es sind nur Transmog-Handschuhe. So, so. Gut, dann haben wir damit ja noch nichts zu tun. Über Transmog-Riffieren... Fih-Riffieren hat noch keiner was zu mir gesagt. Hm. 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 Puh. Ist das geil? Reveglio. Hä? Hm. Levioso. Hm. Lumos. Der Schatten hinter der... Statue ist cool gemacht. Ach hier. Da kann ich wohl noch nichts machen. Grüße, Katze. Hey, yo. Grüß dich. Schön zu sehen, dass es dir wieder gut geht. Danke. Es macht uns Spaß und es geht mir deutlich besser. Hallo. Schönen Sie mich? Yes. Schön, dass du da bist, Jo. Daddy, ich hoffe, ich habe dich nicht lange gehalten. Nicht überhaupt. Professor Weasley sagt mir, dass du nach Hogsmeade gehen musst. Du musst dich wiederum haben, dass du deine eigenen Dinge haben musst. Und um das Village zu sehen. Ich freue mich, dass du da bist, Jo. Gut. Shall we set off? Ich will dir eine erste Red-Hogsmeade-Experience geben. Whaaat? Looking forward. Wann sehen wir jetzt Schnieker aus? Wie sympathisch, dass du läufst. Wie sympathisch, dass du läufst. Yes. Ich habe mir selbst eine Invitation gelegt, um eine Invitation zu geben. Ich dachte, dass du ein Butterbeer in der Stadt genießen möchtest. Das Timing von Professor Weasleys' Wunsch war perfekt. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooked up in ancient runes. Grave mistake to take it as an elective class. Believe me. Da hat man direkt Bock, ne? Wenn man nur Butterbeer hört. Bock auf Butter und auf Bier. Am besten eine Pizza mit Bier. Gibt es Jahreszeiten in dem Spiel? Ich will Weihnachten. Schnee. Man bin ich atlentisch. Man bin ich atlentisch. Die Blumen machen das Röd-Konzert. Trombone-Champ. Reparo. Levioso. Accio. Lumos. Let's go. Tröd. Den, 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 den. Schau. Von der Verbidden-Forste. Hippogryphs. Ich wundere, ob etwas mit ihnen startet. Ich habe gehört, dass Hippogryphs nahe waren. Hier ist ein Pizza. Oh Gott. Nice. Kann ich hier runterspringen? Uff. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich kann ja sogar im Wasser schlafen. Ich kann ja sogar schwimmen! Sorry, ich habe mich gehen lassen. Oh Gott, ich habe Natsai abandoned. Wir gehen natürlich sofort zurück. Nehmen wir alles zurück. Ich spiele später weiter das Spiel. Entschuldigt bitte. Die Freiheit ist eine Illusion. Naja, ich glaube, irgendwann kommen wir doch dahin, dass wir nirgendwo da herrennen müssen. Halt, bitte! Ich verweigte, ich war überrascht, wenn Professor Weasley erwähnt, dass du die Region, weil du relativ neu hier hattest. Sie hat gesagt, das? Oh, da ist noch was. Lumos. Accio. Levioso. Repairer. Verdammt. Wie bei der Assassin's Creed Verfolgung. Bleib in Sichtweite. Aber ich sehe ihn doch! Wie alle da hinschoggen. Na, ihr beiden. Seid doch nicht so schüchtern. Dimm, 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 dimm. Oh, das Zeug kann ich... Was kann ich auch sagen? Die Pilze, das mache ich doch die ganze Zeit. Everything was so... new and unfamiliar. Oder die meint so die Boxen. Hier geht's zum See runter. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland. But it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Schick. Hogwarts has become something of a home now, I would say. That's the new Skyrim. Hopefully it will for you too. Die Katze, Matti, warte. Ich... Gar nix buttonmeshig. Das hat alles System, Mini. Merkt man das nicht? Pilze und Blumen sammle ich die ganze Zeit schon auf, Sepp. Oben rechts, über meinem Kopf, müsstest du sehen, immer wenn ich eine mitnehme. Mr. Moon! Hier ist der Hogwarts-Kettag. Pass auf. Lauf rüber. Und jetzt oben rechts, Leaping-Totstool-Caps. Hallo, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Wieso? Is everything all right, sir? Oh, look right at me. I's biggest saucers. What did Mr. Moon? Jimmy, guys. Hey, Alena. Grüß dich. Ja, ich sammle alles auf, was da ist. I should be in the castle, wenn ich's sake. Good luck to both of you. Huh? Poor Mr. Moon. Hey, Demi, guys. I think he had too much fun in the village. Haben wir uns ja gerade noch rechtzeitig angezogen, ne, wenn Alena jetzt vorbeikommt? Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about Goblins and such. It might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Schon gehört? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. And here we are. It is hard to know where to start. The three brew sticks is the taste for butter beer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyjuice. You have to get an envie. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can't tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Guck bloß nicht auf die Umrandung vom Charakter, da werdet ihr wahnsinnig. Ich sag's euch nur als Warnung. Guckt nicht hin. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds and... A new wand? Of course, you will enjoy Mr. Ollivander and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to get anything you need and still have an interest in it as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Gryffindor. Enjoy yourself. I will see you soon. Ja, wir sehen uns. Du bist cool. Wow, Hogsmeade hat eine eigene kleine Map. Potion-Making. Dann bin ich noch vorbei. Magic Neap. Fresh-produced seeds and fertilizer. Tomes and Scrolls. Aha, aha, aha. Level 2 Lock. Striped House Collar Scarf. Ich dachte auch. Aber vielleicht zieht er um. Ah, it's you. Um, just a moment, please. It's gotta be another magic moment. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand. Yes. It's about time. Yes, I... About time. Well, you're our new 50-year-students, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivanders, the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders. I'm sure. Finest wandmakers in the world. It's a pleasure to meet you. Truly. Now, come with me. Let's find you the perfect one. Shall we? Hm, no, 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 not you. Hm, ah, yes. Das wird geklippt. Na gut. Powerful core. Ten and a half inches. Hm, you might do. Here, give this one a try. Jeder Clip ist wertvoll, komm, danke. Nee, ich will mir einen anderen aussuchen. Hm, how odd. Once more, come on, really swish it. Warum lach ich denn die ganze Zeit so dämlich? Oh dear. Huhu. Ein Feuerwerk. Well, this isn't a good match at all, is it? Haha. Ähm. We'll find you something, not to worry. Hm. No, not you. Hm. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 and three quarter inches Dragonheart string. Let's give this one a try. Ein Dragonheart, hm? Oh ja, der sieht so aus, als wäre das. Oh, 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 oh. Looks like it's back to the shelf for you. Schade. Oder war das Harry's? Das wäre ja was, wenn so ein Insider drin ist, das er Harry's anbietet. Immer noch die Grünen. Yes. I think you might be the one. Here. Take it. Ooh. How intriguing. Das. Light brown. Notched. Notched, vielleicht nicht. Curious indeed. Spiral, Spiral Ash, Stalk, Honey Brown. Ringed, Dark Brown. How intriguing. Es wird schon Spaß machen, da mit der Hand so ein wenig drüber zu streicheln. Aber nein. Natural. Natural, I like it natural. Curious indeed. Honey Brown. Ja, okay. Was haben wir noch? Wood Type. Chestnut. Cypress, Ebony, Elm. Ingisch Oak. How intriguing. Wine. Walnut. Die Walnuss da ist ja, man sagt ja, wer eine Walnuss pro Tag ist, der, das macht intelligenter. Das lassen wir mal so. Nein, in three quarters inches. Ach, du liebes Bissinn. Ja. Ist ja. Hm. So. How intriguing. Reasonably supple. Flint. Solid. Stiff. Unbending. Unyielding. Unyielding gefällt mir gut. Quite bendy. Very flexible. Fairly bendy. Nee, das ist ja Quatsch. Solid. Unbending finde ich gut. Unbending gefällt mir. Walnut 10 inches Unbending. Und dann haben wir Core Options. Unicorn Hair. Phoenix Feather. Oder Dragon Heartstring. Muss ja auch in die Hosentasche passen, Akita. So habe ich auch gedacht. In die Unterbüchs. Unicorn Hair. Consistent Magic. Great Range of Magic. Hm. Great Range. Consistent. Powerful. Powerful. Wir sind Great Range. Wir sind ja Variety hier. Wir sind ja im Variety Streaming unterwegs. Also sind wir mit der Phoenix Feather als Core ausgestattet. Ah. Phoenix Feather. Exceptionally rare. And a core with a strong sense of initiative. Ja. 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 What do you think? I like it. Natural. Extraordinary. Haha. Another wand. Another beginning of a bright and magical future. Hahaha. Ah. Oh, meine Hose. Ah. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Da hatte ich nicht nur die Ständer in der Hand. Ay, 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 ay. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you. Just as you learn from it. I'm eager to try it out. Ungenehm. Of course. And a Phoenix Feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. Powerful. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new one's ability to perceive your intentions. Ist das eine neue Ability? Particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again, if ever I can be of further assistance. Okay. Ja. Awkward. Awkward zur Seite gucken. Und jetzt raus bei Ollivanders. Weiter geht's. Not enough reflection on the past, in my opinion. Da ist doch eine Schatzkiste. Eingezeichnet. Wo ist die denn? Da oben drauf? Oder was? How nice to see you, my young friend. Was? Ach, du schon wieder. Celtic Glister Scarf. Was mir nicht gefällt an den ganzen Schals, ist, dass die die so tragen, dass sie nicht am Hals sind. Sah bestimmt doof aus, spiele grafiktechnisch, aber wer trägt einen Schal, nur um den Schal zu tragen? Ich glaube, ich bin den Hals an. Das ist doch Unfug. Ach, ihr. Quatsch. Lumos. Lumos. Da ist auch eine Mauer. Und ein Zaun. Zaun. Mauer. Mauerzaun. Oh. 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 Levionzo. Achio. Oh. Okay, also die Erkundung haben sie schon cool gemacht. Die Steuerung ist so ein bisschen zu wobbly, ne? Zu viel Animation-y. Zu viel Fokus auf die Animation gelegt. Von mir aus... Oh, hier ist ein schönes Beispiel. Guck mal rechts in den See am Bildschirmrand einmal. Habt ihr Glück, dass mein Kopf da vor sitzt? Ich wüsste da, wie kacke das aussehen würde. Leech-Juice? Uh, lecker. Hohohoho. Wow. So eine Open World einfach mal. Starke Nummer. Dein Kopf hat auch so eine Aura, ja? Das sowieso. Alter, dein Kopf hat doch eine Aura. Das ist immer schlimm, wenn im Kopf eine Aura ist. Kennt ihr das? Wenn sich Kopfschmerzen oder Migräne ankündigt, dann kriegt man oft eine Aura. Sehr unangenehm. Oh. Wir gehen jetzt noch zu Pippins Potion. Vorbei. Wo war eine fliegende Seite? Nein. Verdammt. Da muss ich besser drauf achten. Lass mir mal kurz den Weg zeigen. Ich hab mich ja schon wieder verrannt. So, wo ist was? Da, Potions. Na, 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 na. Nicht mich anrempeln, junge Dame. Da, na, 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 na. Kann ich das jetzt auch wieder reparieren? Repairer. Mensch, wie in den Lego spielen. Mann, da haben die krumme Häuser gebaut. Was das wohl an Lizenz gekostet hat? Nur dieses... Willst du hier hinterher gucken? Kennt ihr Zelda? Wo man die Augen mit einer 360-Grad-Bewegung, wenn ich hinterher gucken, verwirren muss? Aber das ist das nicht. You won't see it coming. Ach, von der Seite geht nicht. Kackspiel. Ich hab das doch eben getroffen. Sah das nur so aus? Hab ich einen Effekt gemacht? Und dann war das gleichzeitig weg. Ich dachte tatsächlich, ich hätte ihm seinen Schild zerschossen. Dankeschön... Welcome to Jay Pippin's Potions. Hi. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion-making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can, so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Recipe for healing, ja, nehmen wir. Kostet eh nix. Und recipe for potion that causes a rocky film to develop the consumer's skin, helping to protect them from harm. Feel free to take a look at the rest of my image. Wir haben 144... Or come back another time, if you're in a rush today. ...billionen. Ja. Mhm. Ja. Okay. Ahoi! Was sagst du bisher? Großartig! Sehr gut! Überraschend, positiv. Was für ein Erkundungsspaß. Die ersten... Was sind wir jetzt? Drei Stunden sind sensationell gut gelungen. Ein paar kleine Performance- und Grafikfehler... ...sind vorhanden. Aber nicht ganz so schlimm. Nur wäre halt noch schöner, wenn die nicht wären. Revealio! Revealio! Jo, das Box. Ob es auch für nicht Potter-Eingeweihte gut ist. Das finde ich eine schwierige Geschichte. So gar nicht, gar nicht. Dann ist es, glaube ich, immer noch irgendwie cool. Und man hat aber tausend Fragezeichen über dem Kopf, was das alles ist. Und fragt sich... Das ist das, was alle so geil finden? Ähm... Von daher ist es ganz schwer für mich, das einzuschätzen. Aber ja, es ist auch ein ganz gut gemachtes Open-World-Spiel bisher. Und es nimmt sich seine Zeit. Das finde ich auch in Ordnung. Also, ich denke mal, das wird hier noch sehr actionlastig werden. Das kann ich mir gut vorstellen, weil das Kampfsystem ja doch recht komplex... ...äh... ...zu sein scheint. Aber das Spiel hat jetzt auch gar kein Problem, trotzdem mal eben eine 5-6-stündige Einführungsphase zu machen. So, dass sie nicht nervt. Also nicht so wie ein Fire Emblem oder Pokémon, wo man tausend Textfenster vor die Nase kriegt. Sondern man wird hier halt so ganz langsam erstmal in die geile Welt gelassen. Ja, aber so ganz gar nicht... ...würde ich trotzdem sagen, wäre es eigentlich cooler, wenn du dir mal ein Buch durchlesst. Oh, das ist... Die Empfehlung ist jetzt auch komisch. Ähm... Ja, schwierig. Der erste Film ist halt ein Kinderfilm. Den würde ich dir jetzt auch nicht empfehlen, wenn du den alleine guckst. Das Universum ist halt schon gut. Sokos. Also es steckt voller Kreativität. Oh-hooo. Revealio. Frogs spawned Soap. Das würde ich mal wieder... ...leif sehen. Das ist das, wo die Weasleys immer eingekauft haben hier, ne? Und den ganzen Quatsch gekauft haben. Spannend. Also hier haben sie bestimmt auch was gekauft, meine ich. Wie lustig. Ein Dussel. Äh. Okay. Guck mal. Der kleine Andi Säbergang. Wie nett. Da. Oh. Wer ist denn das hier? Wen hat er denn da zur Seite? Das ist mal eine grantig guckende Dame. Hehehe. Okay. Ah. Wer bist du denn? Hui. Nix? Noch eine. Don't push. Natürlich drücken wir, ne? Ne? Revealio. Dungbomb. Das schmeckt... Eher nicht so lecker riecht's dann. Oh, ich wollte grad sagen, können wir hier raus? Können wir. Cool. Okay. Okay. Guck mal. Gucken wir noch bei Magic Neap vorbei. Well, hello there. Hallo. Nima. Vier verschieden animierte Beine. In der Höhen... In der Y-Echse. Nicht schlecht. Wir gucken uns das Spiel an, wie wir das Thema angehen. In Hogwarts is a fifth year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way. And this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm heading away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do I look around? Plenty of ingredients to pick your interest. Let me guess. Let me guess. Oh, Gear. Kriegt man von ihm auch. Aber nix tolles dabei. Ach, das kann ich verkaufen. Das ist unser Kram. Das wiederum ist gut zu wissen. Uns reicht ja auch die Unterbüchs, ne? Traditional School Rope. Können wir nicht verkaufen. Aber hier die Dark Flat Cap. Oder den Beige Scarf. Den verkaufen wir jetzt mal. Zack, haben wir. 30 mehr. Die Leather Gloves ziehe ich eh nie an. Weg damit. Wir brauchen auch keine Brille. Wow. Die Gläser machen tatsächlich die Defensive um 8 besser. Die muss ich aber halten, falls ich in einen schweren Kampf komme. Dann fange ich an, hier mir eine Brille aufzusetzen. Wie albern ist das denn? Okay, gut. Dann wissen wir Bescheid. Bei ihm sollten wir nur vorbeigucken. Dann machen wir in den letzten Shop auch noch mit. Das war... Was? Pippin, Ollivanders und... Nee. Scrolls. Hogsmeade. Wizardware. Oh. Brood and Pack. Hogsmeade Square. Steeple and Suns. War es doch hier das mit dem Sporting-Kram? Nee, ne? Wir gucken noch mal. Tomes and Scrolls, doch. Danke, Sepp. Gehen wir da noch hin und dann gucken wir auch noch mal, was anzuziehen. Obwohl ich es ja cool fände, wenn wir ein bisschen... Ja, unser... Er ist schon... Er ist schon nicht schlecht. Jetzt. Aber ich fand es eigentlich auch witzig. Du hast recht, komm. Da. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. Wir haben doch schon einige Sachen herbegezaubert. Die haben wir doch schon beeindruckt. Die haben wir doch schon beeindruckt. Nächste Woche. Wahrscheinlich Donnerstag. Oder nächsten Samstag. Eins von beiden. Könnt ihr gerne mal alles schreiben, was euch besser passt. Wird auch gerne jetzt in den Chat einfach kommen. I believe so, sir. Gut. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want, when you want. Aber dann ist auch wieder Abstimmung. Das ist wiederum eine große Sache. Let's look at what we have, shall we? Potting table. Okay. If you are interested, feel free to take a look around at the rest of my dinner. Umfrage, ob wir das Donnerstag oder Samstag machen. Ja, können wir machen. Wow, that's everything. Better go and find Natty. So. Mal Umfrage starten. Stream nach Wahl am Donnerstag oder Samstag. Wohlgewerkt nächsten, ne? Morgen ist ja auch Samstag. Morgen ist nicht geweint. Äh, nicht geweint. Nicht gemeint. Oh, fünf Minuten. Könnt ihr abstimmen. Halt. Ja doch, so habe ich ja auch im Chat alles gut. So, ein paar sind nicht animiert, oder? Die dreht sich doch gleich um und dann verjagt man sich volle Granate. Weil der rechts hier ist animiert, hat hier einen kleinen Grafikpack hinter sich. Oh. 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 Reveglio. Reveglio. Ah, man sieht die ganzen Säcke in der Stadt. Die Geldsäcke. Da ist auch ein goldenes. Und ach, das ist ja krass. Da habe ich ja hier noch viel zu tun. Enchanted Staircase. Und hier ist noch eine Schatz... Mehrere Schatzkisten sind hier direkt dahinter. Lass mich durch. Reveglio. Ich bin Arzt. Ich bin Arzt. Lass mich durch. Ich muss hier rechts um die Ecke eindeutig. Kriege ich nur die Kleine hier. Casual School Uniform. Na, that's more what I'm talking about. Ja, Wahnsinn. Haben sie echt gut gemacht. So viel Kram. Das macht echt Spaß, da dann auch einfach nur rumzugucken. So. So. Jetzt nehmen wir die Robe nochmal ab. Ja, das nenne ich mal ein Outfit. Ja. Ja. Es wäre halt schön, wenn er den als Schal auch benutzen würde. Und nicht als Modeaccessoire. So kann ich es ja einfach nicht ernst nehmen. Ist ja furchtbar. Trotzdem wäre es cool. Nehmen wir so. Rennen wir mal so eine Weile rum. Bleib doch oben. Was meinst du mit bleib doch oben? Moment. Warum willst du, dass ich oben bleibe? Hipster Potter. Ja, so ein bisschen, ne? Schon. Bleib doch oben sein. Dann gehen wir nochmal hin. Aquila scheint hier was zu wissen. Öh. Ist das jetzt weg? Oh. Haha. Ach hier. Hast du das gemeint? Da oben ist noch was. Oder ist das ein Fehler? Ja. Man weiß es nicht. So, jetzt wollen wir natürlich noch bei Hogsmeade reingucken. Hogsmeade reingucken. Hogsmeade reingucken. Hogsmeade reingucken. Ja. Ja. wir gehen durch den hintereingang Accio Uh-huh Lumos Lumos Da bin ich ja schon gespannt wie muss man die blenden Accio Levioso Repairer Noch weiß ich es nicht Gut das hätte mich jetzt auch gewundert Ah danke für die Abstimmung Lol Ah Ah Komm ich rein nehme direkt in das erste den ersten Krug den ich sehe Rebellion Die gehen auf wenn man nur in Unterwäsche davor steht Of course Ich weiß noch nicht wie ich die Schätze finde die man öffnet das ist eigentlich ein bisschen albern Ah hiermit kann man wirklich was machen Das ist so ein Tucken zu viel Assassin's Creed meiner Meinung nach dass irgendwo Schatzkisten rumliegen die man aufmacht um ein paar Dublonen zu Galeonen wie auch immer zu bekommen Irgendwas Irgendwas habe ich tatsächlich repariert aber ich weiß nicht was wie lustig Well well Guck mal da oben Krass 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 Schmetterling auf der Veranda Schmetterling auf der Veranda Da unten das könnte doch auch so aussehen dass hier der Schmetterling war ne sowas haben wir doch auch gesehen Gibt es noch Tag und Nacht Wechselspieler und da kommt man an und dann ist die hier die die Lampe an und so Das wäre cool Oben bis direkt davor gestanden Hä welche Veranda denn Ach hier Na gut wenn ich es nicht gesehen habe habe ich es nicht gesehen aber gut wenn du es gesehen hast Rebellion Unten die obere Veranda Einmal gucke ich noch Da ist auf jeden Fall noch was Rechts auf der linken Seite ist auch ne geile Beschreibung Jetzt hinter mir Jetzt hinter mir Seht ihr alle den Den Schmitte Gage den der gute Sepp sieht Ja ihr seht ihr alle Oh nein Dann muss ich ihn finden Oh nein Veranda Was ist eine Veranda Das hier ist eine Veranda Guck bin ich jetzt auf der richtigen Veranda Vor der Hauswand Was alle sagen Oh tatsächlich Jesus Und dann funktioniert er nicht mal Was weil ich den Spiegel nicht gefunden habe bisher oder was und dann darf ich den nicht haben Ah ok Wo kommt er jetzt hin Das ist das Problem ne Wir hatten das ja gefunden Hi Hast du den Spiegel gesehen? So weit entfällt Kann er ja nicht sein Hinter Hinter Haus Da Ach hier Echt so ein Hipster Potter Das ist ja lustig Tada Sehr schön Gut gemacht habt ihr das So Zeit für uns nach Hause zu gehen Ne Ich wollte doch noch nach Klamotten gucken Das ist hier ne Hairstyle Nein Beast Byproduct Wizard wear Nicht sehen aber die Grafik stellen Achio Achio Reveglio Reveglio Hallo? Okay. Pff, klauen wir einfach mal 49, du... G... Dings... Ah! Wir klauen 49, ah! Aha. Rebellion! Tala. Tala finde ich schön. Tala ist gut. Ja, kann ich hier jetzt auch was kaufen, oder... Wo muss ich mich denn umziehen? Darf ich noch nicht? Ah, die... Also, jetzt sage ich's. Die, äh... Schätze nerven. Die sind Quatsch. Die hätten sie nicht gebraucht. Man hätte irgendwie anders Geld verdienen können, aber nicht mit Schätzen, die irgendwo rumstehen. Und das ist mir zu Open World Video Gaming. Ah! Ich habe alles. Ich sehe, was du gemeint hast, nicht zu können, eine Lieblingskarte zu kaufen. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. So habe ich mir das vorgestellt. Nice! Draw it away from the building! Away from the village! Nein! Ich hätte es doch kurz hier geworfen. Sollen wir es jetzt auch machen? Away from the village? Lina. Oh! Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear his down! Protego! It's Headlines. Whoa. Lumos! What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it! Do more of it! Arresto, Momentum! Okay. Das hat ja nicht so gut geklappt mit dem... Mit dem sich schützen. Und wo ist er hin? Und wo ist er hin? Ah! I have everything! Ach so, man soll dodgen. Ah! Ah! Das... Okay. Easy peasy lemon squeezy. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Das ist das Dodge-to-fall. Oh, man! Do not target... Das hat ja nicht mehrOW ric agrät! Das hat ja nicht mehr Barker! Was war das? Ich war versucht, ihn zu bewegen. Schau, er ist flotterin. Ich liebe ihn. Blue Mod. Wir müssen sicher, dass er da bleibt. Na, die dodgede aber nicht so gut. Ja, was? LB und RB in Vogue Ancient Magic? Na dann los. Ich musste das machen. Das Spiel hätte mich sonst nicht weiterspielen lassen. Goodness, ein zweites Troll. Hattest du zwei eine vollgestellte Troll? Von dir selbst? Wie im Film? Ich glaube so. Es ist alles ein bisschen Blur, zu ehrlich sagen. Merlins Bein. Diese Brille wieder ab. Siehst du sehr nach Harry Potter aus. Gebar. Perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, Officer. Singer. Officer Singer. And thank you. Again. Können wir die auch daten? Die da unten. Could he see you? I will see what he wants. Guck ja. Lucky they didn't do more damage. Reveilio. Accio. Moment. Ach. Accio. Repairer. Reveilio. Wie kriegt man den Sack denn da draus? Ha. Spannend. Okay. Druid Wolf Cape? Woo. What? Yes. Woohoo. Okay. Den Kackschal mal abnehmen. Der bringt uns nicht vorwärts. Nee. Superman. Es ist sehr, sehr gut, Bobby. Sehr, sehr, sehr gut, ja. Reveilio. Reparo Reparo Rebellio Hufflepuff Hengist of Woodcroft Der hat das alles hier gemacht Level 7 Reparo Was denkt ihr denn? Soll ich morgen weiterspielen? Morgen Abend, selbe Zeit, selber Ort? Könnt ihr vielleicht sogar ein bisschen früher morgen? Kommt die Seite nochmal, die hier langgeflogen war Rebellio Könnt ihr noch so viel jetzt Ach, das ist die Kiste, verstehe Gibt es viele Gibt es nur noch etwas Ja, das ist die Kiste Das ist die Kiste Hallo, Sir Among my inventory Are some unique items that afford certain Protections Gute Nacht, Sprechmeise Und 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 Jetzt erklärt ihr mir das nochmal Das habe ich durch die ganze Zeit gemacht Select the Cloaks and Robes Gearslot So So, was haben wir denn da? Legendary 500 500 Können wir uns sogar leisten hier Der roten Weihnachtsschal Die Asylum Mask Von Batman Ja, also Batmans Counterpart Die Mütze Die Mütze ist ja knuffelig Celtic Attire Mhm Oh Diamond Jumper School Uniform Und wir können sie uns sogar leisten I'd say That looks as if it was made for you I'd agree Das gefällt mir schon mal gut Das ist eigentlich das einzige was mir hier gefällt Der Der pink Umhang geht schon auch noch klar Aber Uh, der ist auch nicht schlecht Light Herbologist hat I'd say That looks as if it was made for you Oh, der ist auch gut Der schlubi Der ist auch nicht Der ist auch nicht schlecht Alles klar, Doralix Genau Morgen auf YouTube Und, äh Oder hier live dann weiter Ich mache auch nicht mehr lange Kaufen wir den noch? Was, wofür seid ihr? Der, 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 den Hut Oder den Pulli Ich mag den Pulli Ja, der Pulli ist Der, wenn es jetzt noch einen Gibt es auch Kapuzens Dinger? Komm, sagt Hut. Brenno sagt Pulli. Beides kann ich mir nicht leisten. Ich sage, das sieht albern aus. Auch nicht schlecht. Das hier hat wenigstens eine Kapuzenkram. Bicky, wie gesagt, Pulli oder Pulli. Ihr macht es mir nicht leicht. Hier hat er sogar einen Schal an, der ein Schal ist. Den nehme ich. Sorry, Leute, den nehme ich. Ein Schal, der ein Schal ist, ist schon sehr geil. Das ist eine glückliche Worte. 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 Ich würde sagen, dass wir, und du in particular, haben nur ein Butterbeer gewonnen. Shall wir gehen zu den Three Broomsticks? Das ist eine gute Idee. Ein Traum. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich in den Feierabend. Ich wünsche euch noch, gönnt euch auch ein leckeres Butterbier. Wir sehen uns morgen wieder. Ich speichere noch ab. So ganz manuell. Schön, dass die PC-Version doch so gut spülbar ist. Auszufuhrzeichen Butterbier muss auf jeden Fall kommen. Morgen, ich denke mal so, 18.30, 19 Uhr bin ich schon am Start. Und dann machen wir wieder so wie heute. Cool. Was für eine schöne, positive Überraschung dieses Spiel doch jetzt war. Toll. So, wo schicken wir denn hier noch jemanden hin? Nein. Vielleicht spielt Polya oder so. Frostwein-Spielsteinpark ist gut. Wir gehen heute mal wieder zu, Poly. He figured everything was okay, since we were talking about ice cream during the call. Oh man, that's gotta be... I imagine they see some funny situations. Evo with the rain. Welcome in. Welcome in How you doing How you doing